Guten Abend, verehrte Zuschauer. Wissen Sie noch, wo Sie am 11. September 2001 waren? Mit Sicherheit. Wir alle werden diesen Tag wohl nie vergessen. Unsere Fassungslosigkeit über die Anschläge, die Trauer über die Toten, die Angst aber auch vor der Zukunft. Und für immer werden wir uns an die Bilder erinnern, wie die von Terroristen gekaperten Flugzeuge ins World Trade Center rasen, wie etwas später die Twin Towers einstürzen und das Pentagon in Washington in Flammen steht. Hunderte Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben diese Bilder damals live im Fernsehen verfolgt. TV-Sender rund um den Globus informierten ihre Zuschauer mit Sondersendungen über die unfassbaren Ereignisse in den USA. Auch RTL berichtete damals viele Stunden live. Ich selber saß von kurz nach drei Uhr nachmittags bis um 22.30 Uhr im Studio. Wir wollen heute, genau zehn Jahre nach den Anschlägen, zurückblicken auf unsere Berichterstattung an diesem Tag. In den kommenden drei Stunden zeigen wir Ihnen deshalb noch einmal eine ausführliche Zusammenfassung unserer insgesamt siebeneinhalbstündigen Sondersendung. An einigen Stellen haben wir die Bilder etwas gerafft, ansonsten haben wir aber nichts verändert oder hinzugefügt. Und alles begann um 15.09 Uhr mit einer Unterbrechung des laufenden Programms. Verehrte Zuschauer, guten Tag. Wir unterbrechen an dieser Stelle die Sendung Der Schwächste Fliegt für eine wichtige Nachricht, die uns im Moment hier aus New York erreicht. Offensichtlich hat sich ein Anschlag auf das World Trade Center ereignet in New York, in Manhattan. Sie wissen, haben zwei Flugzeuge, die beiden großen Türme, die dort nebeneinander stehen, an der Südspitze von Manhattan, getroffen. Eine Explosion, gerade eben erst vor wenigen Minuten. Man konnte das Flugzeug noch sehen auf einem Bild, das uns eben gerade erreicht hat, als dieses Flugzeug in den Turm hineinraste. Das erste Flugzeug hat offensichtlich den nördlichen Turm vor ungefähr 20 Minuten getroffen. Wer hinter diesen Anschlägen steckt, ist völlig unklar. Die Anschläge haben einen Bereich getroffen, etwa in Höhe der 80. Etage des World Trade Centers. Das World Trade Center hat etwa 110 Stockwerke. Beide sind natürlich um diese Uhrzeit, es ist jetzt kurz nach neun in New York, beide sind natürlich schon stark besetzt mit Büroverkehr. Wir können uns die Bilder noch einmal angucken. Wir wollen Ihnen das noch einmal hier zeigen. Beide Türme stehen im Moment in dem oberen Bereich in Flammen. Wie viele Menschen dort, Sie sehen jetzt gerade hier in dem großen Bild, die Explosion wie ein Flugzeug den linken, also den südlichen Turm des World Trade Center trifft. Eine riesige Explosion in diesem Moment. Wir können im Moment nichts über die Hintergründe dieses Anschlages sagen, wir können nichts über die Zahl der Opfer sagen, aber Sie können erkennen anhand dieser Bilder, dass es sich um eine Explosion ungeahnten Ausmaßes handelt, bei dem mit Sicherheit mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen sind. Das World Trade Center steht jetzt in beiden Türmen offenbar in Flammen. Es hat immer wieder ja Hinweise darauf gegeben, dass es radikale Gruppen geben könnte, die Anschläge auf große Gebäude auch in den Vereinigten Staaten verüben könnten. Es gibt aber bisher keine weiteren Hinweise darauf. Die Zahl der Opfer, wie gesagt, ist auch unklar. Alles, was wir sagen können, ist, beide Türme stehen im oberen Bereich in Flammen. In dem vorderen Turm befindet sich oben in etwa der Höhe der 110. Etage die große Aussichtsplattform, auf der Touristen ja immer wieder den Blick über Manhattan und über New York genießen können. In dem anderen Turm ist oben ein großes Restaurant, Windows on the World. Im Moment ist dieses Restaurant natürlich geschlossen. Es wird erst mittags geöffnet. Aber wie gesagt, es ist Bürozeit in New York und um diese Uhrzeit sind die meisten Amerikaner schon bei der Arbeit. Gerade dort unten im Financial District, also im Bereich von Manhattan, wo die Wall Street Börse ist und wo auch andere große Finanzinstitutionen ihren Sitz haben. Das World Trade Center ist ja bekannt dafür, dass dort sehr viele Banken und auch andere Investitionsunternehmen ihren Sitz haben. Dass dort also auch die Etagen normalerweise alle voll vermietet sind, voll vergeben sind. Dass es also zu diesem Zeitpunkt wohl eine ganze Menge von Menschen gegeben hat, die sich in dem Gebäude aufhalten. Es sind Bilder, die wir in dieser Schrecklichkeit, in dieser Tragweite noch nie von einem Anschlag zu sehen bekommen haben. Es ist jetzt, wie gesagt, etwa kurz nach 9 Uhr vormittags. Und wir können uns vorstellen, dass es natürlich auch für Rettungskräfte im Moment extrem schwierig ist, diesen Bereich dort in einer Höhe von etwa 300 bis 400 Metern Höhe zu erreichen. Man kann nur hoffen, dass die Möglichkeit besteht, dass es Sprinkleranlagen gibt, die jetzt einsetzen. Aber wenn ein Flugzeug, und es hat sich offensichtlich um ein zweistrahliges Flugzeug gehandelt, wenn ein Flugzeug in solch einen Ton hineinrast, gibt es so gut wie wenig Möglichkeiten, überhaupt hier noch Lebende zu bergen in dieser Höhe. Was mit den Menschen unten im Gebäude passiert, können wir im Moment auch nicht übersehen. Wir bekommen aus den Vereinigten Staaten auch nur dieses Bild, das wir Ihnen hier zeigen. Wir können nur hoffen, dass Rettungskräfte in irgendeiner Weise in der Lage sind, die Menschen, die noch unter diesen Bränden sind, sich aus dem Gebäude heraus retten können. Wie gesagt, noch einmal zusammengefasst, vor etwa 20 bis 25 Minuten hat ein Flugzeug den nördlichen Turm des World Trade Centers in New York getroffen. Es muss sich offensichtlich um einen Anschlag handeln, denn nur 15 Minuten später flog ein zweites Flugzeug in den südlichen Turm des World Trade Centers. Von einem Unglück, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, kann man in dieser Hinsicht also nicht reden. Sie sehen hier noch einmal die Explosion beim Aufprall des zweiten Flugzeuges. Hier auch noch einmal die Bilder, die uns von den Kollegen von CNN überspielt werden. Sie sehen jetzt hier, dass amerikanische Präsident Bush spricht. Wir wollen Ihnen kurz zuhören und ich will versuchen ihn parallel dazu zu übersetzen. Zunächst möchte Präsident Bush wegen des Anlasses, wegen er da ist, wegen einer Erziehungspressekonferenz offensichtlich den Organisatoren danken. Aber möglicherweise wird er jetzt ein paar Sätze zu diesem Antrag sagen. Das war jedenfalls angekündigt worden. Präsident Bush hat also mit dem Vizepräsidenten und dem Direktor des FBI gesprochen. Man möchte den Opfern und den Familien helfen. Und man wird offensichtlich sehr genau untersuchen, wie es zu diesem Anschlag kommen konnte. Wir müssen diese Leute finden und diesen terroristischen Akt aufklären. Terrorismus gegen die Vereinigten Staaten ist nicht zu dulden. Und jetzt bittet George Bush um eine Minute. Der Trauer verlässt jetzt hier das Podium. Sie sehen es und setzt offensichtlich sein Programm fort, an dem Ort, wo er eben gerade gewesen ist. Ich kann es von Ihnen auch nicht genau erkennen, wo es ist. Aber Sie sehen hier noch einmal die Bilder, die wir Ihnen einspielen. Beide Türme des World Trade Centers sind in Flammen. Es ist ein Feuer, das sich etwa von der 80. und 90. Etage bis in den oberen Bereich beider Gebäude hinein erstreckt. Auf dem rechten vorderen Gebäude, das Sie sehen, befindet sich oben im 110. Stockwerk eine große Besucherterrasse, auf der möglicherweise um diese Uhrzeit auch schon Besucher gewesen sind. In dem linken Gebäude befindet sich im obersten Stockwerk ein Restaurant, das zu diesem Zeitpunkt normalerweise noch nicht geöffnet ist. Aber wir müssen davon ausgehen, es ist kurz vor neun, beziehungsweise kurz nach neun amerikanischer Uhrzeit. Um diese Uhrzeit sind die meisten Amerikaner dort unten im Finanzdistrikt von New York schon bei der Arbeit. Im World Trade Center, das Welthandelszentrum, befinden sich viele Dependancen von Banken, aber auch von Handelsfirmen. Das heißt also, um diese Uhrzeit ist in diesem Bürohaus, in diesem Riesenkoloss, und hier sehen wir noch einmal die Bilder von dem Einschlag der zweiten Maschine, ist um diese Uhrzeit natürlich Hochbetrieb. Wir sind jetzt verbunden mit meinem Kollegen, unserem USA-Korrespondenten Christoph Lang in New York. Können Sie uns etwas genaueres über die Verhältnisse, über den Zustand dort rund um das World Trade Center sagen, Christoph? Ja, verständlicherweise ist in der ganzen Stadt das Chaos ausgebrochen. Ein Beispiel nur, es hat uns fast ne halbe Stunde gedauert, wir haben fast ne halbe Stunde gebraucht, war eine Telefonverbindung nach Deutschland zu bekommen. Das ganze Telefonsystem scheint ja zusammengebrochen zu sein, vielleicht auch aufgrund von Umsetzungen, die sich auf dem World Trade Center natürlich befinden. Was wir gehört und gesehen haben, vor wenigen Minuten hat es am linken Zurm, das ist der Zurm, auf dem sich die Touristenterrasse oben auf dem Dach befindet, eine weitere große Explosion gegeben. Das könnte sehr gut Treibstoff gewesen sein von diesem Flugzeug, das in diesem Turm gerast ist. Wir haben gerade gehört, vor wenigen Minuten hat Präsident Bush aus Florida Stellung genommen. Er hatte da gerade einen Termin gehabt mit Kindern, als er um kurz nach 9 Uhr amerikanischer Zeit, kurz nach 3 Uhr deutscher Zeit von seinem Chief of Staff Andrew Carr die schlimme Botschaft bekam. Er wird hier sofort zurückfliegen nach Washington. Wir können die Informationen bestätigen, auch das haben wir hier gehört, nicht hundertprozentig bestätigen, aber eben entdeckte sich, dass eine Boeing 767 der American Airlines von Boston aus entführt wurde und dann eben in diese Twin Towers, in diese zwei Türme gesteuert wurde. Christoph, wir haben eben gerade noch eine Meldung bekommen, es warnt die Polizei im Moment aktuell davor, dass möglicherweise noch ein drittes Flugzeug sich dem World Trade Center nähern könnte. Und wir sehen jetzt hier, das sind Bilder aus Washington. Das hier ist ein Teil des Weißen Hauses, ein Teil der Verwaltungsgebäude rund um das Weiße Haus. Und zwar ist es der sogenannte West Wing hier, in dem der Vizepräsident sagt, Sie sehen dahinter eine große Rauchwolke aufsteigen. Die Bilder, die wir hier also sehen, deuten möglicherweise auf einen weiteren Anschlag hin. Wir können das im Moment überhaupt noch nicht bestätigen. Diese Kameraeinstellung, die wir hier bekommen, wenn ich mich nicht täusche, ist eine Kameraeinstellung, die sich aus dem Reuters Büro von Washington aus drehen lässt, von dem Hotel Hay-Adams aus in der Nähe auch. Möglicherweise hat sich da ein Anschlag geeinigt. Christoph, haben Sie da etwas gehört? Also wir hören hier gerade, aber das sind auch alle ersten Informationen, dass das Pentagon, also das US-Verteidigungs-Verteidigung betroffen sein könnte. Das ist gleich in der Nähe der Innenstadt von Washington, ein bisschen über den Fluss, den Potomac. Das wäre natürlich eine erhebliche Verschärfung der Situation, die schon trauenhaft genug ist. Also Sie sehen hier, verehrte Zuschauer, links im Bild das Weiße Haus, dahinter das Washington Monument. Und jetzt, der schwenkt nach rechts, zeigt zwar einen Teil dieses Verwaltungsteils des Weißen Hauses, aber die Rauchwolke, die dahinter aufsteigt, ist eine ganze Ecke weiter entfernt. Es ist aber, wer sich dort auskennt, es ist die Richtung, in der sich das Pentagon befindet. Das Pentagon ist ja dieser riesige Verwaltungskomplex des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Rauchwolke dieser Größenordnung, ich mag das natürlich in keiner Weise beschwören, aber deutet eher darauf hin, dass sich auch dort eine riesige Explosion ereignet hat. Möglicherweise auch hier, ähnlich wie beim World Trade Center, möglicherweise auch hier, ein absturz, ein gelenkter Absturz eines Flugzeuges. Aber bisher haben wir noch keine genaueren Bilder. Sie sehen nur diese Bilder, die hier vom Dach eines Hauses gegenüber vom Weißen Haus gedreht worden sind. Wir sind jetzt verbunden in New York mit dem Bertelsmann-Manager, dem Chef der BMG, also der Bertelsmann-Music Group, Rolf Schmidt-Holz. Herr Schmidt-Holz, was war Ihr Eindruck, was haben Sie gesehen von dem Anschlag in New York? Es war zunächst, als ich heute früh ins Büro kam, eine starke Rauchwolke über dem World Trade Center und zwar über dem nördlichen Zwilling dieser beiden Gebäude. Eine Rauchwolke über einem Hochhaus bedeutet natürlich in New York für alle dort Beschäftigten was ganz Besonderes. Die haben ja alle Erfahrung mit Hochhäusern und unsere Angestellten, wir alle standen am Fenster und sahen auf der nördlichen Seite des Gebäudes einen Riss in der Außenhaut. Ich kann das kaum beschreiben, wie fassungslos die Mitarbeiter in diesem Hause, die das genau vor Augen haben, wir haben unseren Bertelsmann-Tower, unser Haus, in Sichtweite am Times Square direkt. Das war, Herr Klöppel, ein Schock für alle, die hier standen. Denn natürlich weiß jeder, was sowas bedeutet für die Menschen in diesen Häusern und möglicherweise auch für die Menschen in den Flugzeugen. Um diese Uhrzeit ist es, wie gesagt, ja auch schon voll in den Büros in den Vereinigten Staaten. Sie sehen hier noch einmal die Bilder. Vielen Dank schon mal, Rolf Schmidt-Holz, für diesen Augenzeugenbericht aus New York. Und hier die ersten Bilder vom Pentagon. Es ist eine riesige Rauchwolke, die hier aus dem großen, fünfeckigen Gebäude aufsteigt. In diesem Gebäude arbeiten, um... Es ist schwer, sich vorzustellen, dass Terroristen in der Lage sind, eine Bombe derartiger Größenordnung in das Pentagon hineinzuschmuggeln. Aber im Moment ist auch das nur sehr schwer zu bestätigen. Aber Sie können erkennen, dass hier die amerikanischen Kollegen versuchen, die Bilder einzufangen von dem großen Feuer, auch den ersten Hubschraubern, die sich dort über diesem Feuer aufhalten. Wir können davon auch ausgehen, dass es in wenigen Minuten wohl dazu kommen wird, dass wir noch bessere Bilder aus Washington bekommen. Die amerikanischen Fernsehanstalten sind normalerweise sehr schnell mit ihren Nachrichtenhelikoptern unterwegs und versuchen natürlich in solchen Situationen auch schon Bilder an die Zuschauer in Amerika zu übermitteln. Das Weiße Haus ist inzwischen evakuiert worden. Präsident Bush befindet sich zurzeit nicht in Washington, sondern wir haben ihn eben gehört in einer Stellungnahme aus Florida. Einen Anschlag auf das Weiße Haus hat es in der Form ja nun auch nicht gegeben. Wir sehen aber, dass das Pentagon, das Verteidigungsministerium, dieser riesige Verwaltungskomplex des Verteidigungsministeriums vor den Toren von Washington in Flammen steht. Christoph, gab es in irgendeiner Weise in den vergangenen Tagen Hinweise auf Anschläge dieser Größenordnung? Es kam völlig überraschend. Überhaupt nicht. Ich glaube, da hat, wie auch immer hinter diesen Anschlägen steht, jemand, der die große Militärmacht und aufgerüstert die USA, ganz, ganz kalt und ganz, ganz empfindlich erwischt. Wir haben inzwischen übrigens eine teilweise Bestätigung, dass tatsächlich auch ins Pentagon ein Flugzeug gestürzt ist. Da gibt es Zeugenberichte aus Washington und auch ein Reporter von AP Associated Press hat beobachtet, wie ein großes Passagierflugzeug direkt ins Gebäude gestürzt ist. Also auch hier wieder der Verdacht, dass ein Passagierflugzeug entführt worden sein könnte und eben ins Gebäude gestürzt ist. Und auch hier müssen wir wirklich mit dem Allerschlimmsten rechnen. Sie sehen jetzt auch hier von den Kollegen von CNN eingeblendet, beide Bilder parallel. Es handelt sich offenbar also nun um zwei Anschläge, die sich hier innerhalb von knapp einer Stunde gleich ereignet haben. Auf der einen Seite links, also das World Trade Center mit den beiden Türmen, in das zwei Flugzeuge eingeschlagen sind. Und auf der rechten Seite jetzt die riesige Rauchwolke, die sich dort über den Pentagon in Washington in den Himmel empor entwickelt. Weißer und schwarzer Rauch, eine Größenordnung von Rauch, die Christoph Lang hat es ja auch gerade schon gesagt, nicht darauf hinweist, dass es sich hier um einen Bombenanschlag handelt, sondern es muss sich hier offensichtlich auch um einen gelenkten Absturz eines Flugzeuges gehandelt haben, zumindest wenn man sich diese Bilder hier ansieht. Sie sehen auch hier in der rechten Ecke, dass es offensichtlich auch brennt natürlich in diesem Gebäude. Flugzeuge dieser Größenordnung sind natürlich mit vielen Tonnen Kerosin beladen. Und dieses Kerosin brennt natürlich, wie wir alle wissen, in Sekundenschnelle ab und setzt natürlich auch noch weite Teile anderer Gebäude in Flammen. Wer dahinter steckt, ist im Moment auch schwer zu sagen. Es gibt einen Bekenneranruf einer demokratischen Front für die Befreiung Palästinas. So viel zunächst von dieser Stelle. Wir machen jetzt ganz kurz weiter mit Werbung und melden uns dann direkt wieder vor dem Jugendgericht, das dann um 16 Uhr beginnen soll. Bis dann. Womit zu diesem Zeitpunkt, es war so etwa kurz vor 16 Uhr deutscher Zeit, niemand rechnen konnte, war, dass die über 400 Meter hohen Türme durch den Einschlag der Flugzeuge und die anschließenden Brände so instabil wurden, dass sie kurz vor dem Einsturz standen. Und genau das passierte in unserer zweiminütigen Unterbrechung, woraufhin wir sofort wieder auf Sendung gingen. Verehrte Damen und Herren, hier das Allerneueste zum Anschlag auf das World Trade Center. Die Bilder, die Sie jetzt sehen, haben uns im Moment gerade erreicht. Der linke Turm des World Trade Centers, also der südliche, ist eingestürzt. Der südliche Turm des World Trade Centers ist eingestürzt. Ein 414 Meter hoher Turm, nachdem um etwa drei Uhr unserer Zeit ein Flugzeug in einem gesteuerten Absturz in diesen Turm gerast ist, im etwa 80. Stock, ist jetzt dieser Turm eingestürzt. Wir haben keinerlei Vorstellung, wie viele Menschen sich in diesem Turm befunden haben. Alles, was wir wissen, ist, dass es natürlich zur Bürozeit in Amerika voll ist mit Menschen dort in diesen Bürogebäuden. Und diese riesige Wolke, die Sie sehen, ist alles, was übrig geblieben ist, von dem linken Turm des World Trade Centers. Das ist ein Anschlag eines Ausmaßes, wie man sich nie vorstellen konnte, dass er sich ereignen könnte, hat also offensichtlich jetzt die Vereinigten Staaten von Amerika getroffen. Es gab immer wieder Hinweise darauf, dass es solche Anschläge geben könnte. Aber Sie sehen an diesen Bildern hier, es gibt eine ungeahnte Größenordnung, die wir hier erreicht haben, was diesen Terrorismus angeht. Ganz kurz für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Um etwa 10 vor 3 ist ein Flugzeug in einen Turm des World Trade Centers hineingelenkt worden. Sie sehen hier die Bilder. Und jetzt dann um 10 nach 3 ein zweites Flugzeug, eine Boeing 767 der American Airlines, auf dem Weg von Boston in diese Richtung offensichtlich entführt, dann in den Turm hineingerast. Und diese Explosion hat dann möglicherweise zusammen noch mit einer weiteren Explosion dafür zugeführt, dass jetzt vor wenigen Minuten dieser linke Teil des World Trade Centers eingestürzt worden ist. Und hier sehen Sie die ersten Bilder des Einsturzes des linken Turmes des World Trade Centers. Sie hören hier den amerikanischen Kollegen Peter Jennings von ABC, der mit einem Reporter spricht, der ihm beschreibt, wie hier das Gebäude in sich zusammenstürzt. Wir wissen nicht, ob der Flugzeugabsturz allein dazu geführt hat oder ob möglicherweise eine weitere Bomben-Explosion am Fuße des Turmes sich ereignet hat, die dann den Absturz, die dann den Einsturz dieses Gebäudes hervorgerufen hat. Der Südzipfel von Manhattan, ich hatte es vorhin schon einmal kurz gesagt, ist natürlich extrem eng bebaut. Wir sind hier im Finanzdistrikt, es gibt sehr viele Banken, die dort ihre Niederlassungen haben, natürlich auch viele andere große Unternehmen. Und Sie sehen es hier auf der Karte, dass wir hier den Südzipfel von Manhattan sehen, das World Trade Center, die beiden Türme hier eingekreist in gelb. Der rechte Turm davon, der rechte kleine gelbe Fleck, das ist der Turm, der eingestürzt ist, jetzt vor etwa einer halben Stunde. Wir können nur mutmaßen, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Einsturzes noch in dem Gebäude befunden haben. Wir wissen, dass Büroräume insgesamt für etwa 50.000 Menschen, wie wir hören, in diesem Gebäude vorhanden sind, möglicherweise sogar noch mehr. Wie viele zum Zeitpunkt des Einsturzes noch im Gebäude gewesen sind, wissen wir nicht. Vielleicht haben sich noch einige, noch viele Menschen retten können nach dem Einschlag des ersten Flugzeuges. Aber wir wissen bisher noch überhaupt nichts. Sie können sich natürlich auch vorstellen, dass es lange dauern wird, um überhaupt durch diesen riesigen Berg von Schutt sich durchzuwühlen, um weitere Informationen zu bekommen. Der amerikanische Präsident George Bush ist zum Zeitpunkt des Unglückes in Florida gewesen. Die Bilder, die Sie jetzt sehen, zeigen noch einmal das Pentagon in New York. Das Pentagon ist offenbar auch, pardon, das Pentagon in Washington, das Pentagon ist also offenbar auch Ziel eines Anschlages geworden. Wir wissen noch nicht, wie. Christoph Lang hat schon davon gesprochen. Es gibt Berichte über einen Hubschrauber, möglicherweise aber auch ein anderes Flugzeug, das dort gelenkt zum Absturz gebracht worden ist. Flugrouten, wie gesagt, sind normalerweise über New York nicht so, dass Flugzeuge diesen großen Türmen nahe kommen sollten. Trotzdem wissen Amerika-Reisende, dass man häufig relativ nah an Manhattan vorbeifliegt. Aber man kommt nie so nah und man fliegt schon gar nicht in einer Höhe von etwa ein paar hundert Metern nur, dass es zu einem Absturz kommen könnte, zu einem Unglück kommen könnte. Also so gesehen wissen wir, dass es hier sich um einen terroristischen Anschlag handeln muss. Ob noch weitere Ziele betroffen sind in Washington, kann ich zur Stunde noch nicht bestätigen. Wir hatten eben gerade noch unbestätigte Meldungen über einen Anschlag auch im Kapitol, dass es auch dort in irgendeiner Weise Rauch gegeben hat, eine Explosion gegeben hat. Die Bilder, die Sie jetzt hier sehen, sind Bilder vom Pentagon. Die ersten Berichte, die wir von dort bekommen, sprechen von sechs Toten und mehreren tausend Verletzten. Wir können sicher davon ausgehen, dass es sich bei der Zahl der Toten mit Sicherheit nicht nur um sechs, sondern um sehr viel mehr handeln wird. Sie sehen hier auch noch andere Autos, die brennen, die vor dem Gebäude also in Flammen aufgegangen sind. Die Feuerwehren haben in dieser Situation nur wenig Möglichkeiten, etwas zu tun. Das heißt, man kann im Moment eigentlich nur hoffen, dass das Feuer, das natürlich entfacht wird und immer wieder angefacht wird von Kerosin, dass dieses Feuer möglichst bald in irgendeiner Weise ausbrennt. Christoph Lang, haben Sie jetzt inzwischen neue Informationen über den Süden Manhattans, inwieweit vielleicht auch der Einsturz des World Trade Centers dieses einen Turmes zum Ansturz von anderen Gebäuden geführt hat? Oder was kamen Sie sonst an Informationen noch? Ich habe ein paar Informationen ergänzenderweise. Zum Beispiel, es ist inzwischen bestätigt, das Flugzeug, das als erstes in die World Trade Towers geflogen war, die American Airlines Flug Nummer 11 startend in Boston heute Morgen. Ich kann auch bestätigen, es hat eine Explosion am Capitol Hill, also am US-Parlament gegeben. Dort wurde auch evakuiert. Die Spitzen, die Führer des US-Parlaments, zum Beispiel der Mehrheitsführer im Repräsentantenhausturm, Däschle, sind an geheime, nach einem Evakuierungsplan, sichere Plätze gebracht worden. Es ist jeder Flugplatz im ganzen Land geschlossen worden. Es gibt offensichtlich Hinweise oder zumindest konkrete Befürchtungen, dass weitere Anschläge drohen, dass das eine ganze Serie ist und dass das Ganze vielleicht gerade erst begonnen hat. Christoph, wir bekommen hier gerade Informationen aus Beirut. Diese Serie von Terroranschlägen ist von zahlreichen Palästinensern in den Flüchtlingscamps in Südlibanon, in Beirut, begeistert gefeiert worden. Die Menschen dort feuerten Freudenschüsse in die Luft, wie es heißt, und skandierten den Slogan Gott ist groß, also Allahu Akbar. Wir wissen nicht, so sagt einer der palästinensischen Gerias, wer hinter diesen Attacken steckt, aber, Zitat, wir sind glücklich, weil die Bush-Regierung die Israelis unterstützt. Das als eine erste Stellungnahme von palästinensischen Gerias aus Flüchtlingscamps im Libanon. Die Informationen über mögliche Urheber beschränken sich im Moment ausschließlich auf diesen einen Anruf bei Abu Dhabi TV, also am Persischen Golf, wo eine Organisation mit dem Namen DFLP sich dazu bekannt hat, diese Anschläge verübt zu haben. Wir wissen aber auch, dass relativ schnell nach solchen Anschlägen natürlich immer wieder Gruppen die Verantwortung für derartige Akte übernehmen, ohne dann tatsächlich etwas damit zu tun zu haben. Nichtsdestotrotz, es kann sich hier nur um einen terroristischen Akt handeln, der wahrscheinlich von Extremisten, wahrscheinlich aus dem muslimischen Glaubensraum gekommen ist. Aber die Warnungen, die es immer wieder gegeben hat, hat man offensichtlich zwar ernst genommen, aber man konnte nichts dagegen tun. Wir haben hier nochmal die Karte eingeblendet. Sie sehen hier die Ostküste der Vereinigten Staaten am oberen rechten Bildrand Boston in Massachusetts. Dort ist der Logan Airport. Von dort ist die American Airlines Flugnummer, ich glaube, 711 war es gestartet. Eine Boeing 767, ein riesiges Flugzeug. Es ist eine Maschine mit weit über 40 Metern Spannweite, ein Flugzeug, das über 40 Meter lang ist und Platz für mindestens 200 Passagiere hat. Wir wissen natürlich nicht, wie viele Menschen im Moment in dem Flugzeug gewesen sind, aber wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eher sehr gut besetzt gewesen ist. In New York, jetzt noch einmal telefonisch verbunden mit meinem Kollegen Rolf Schmidt-Holz. Rolf Schmidt-Holz, Sie sind wahrscheinlich eben gerade auch Augenzeuge geworden des Einsturzes dieses Turmes. Ja, das bin ich. Ich kann Ihnen das gleich beschreiben, was hier los ist. Wir haben diesen Turm gesehen, wie er oben angefangen hat zu vibrieren. Und dann ist von uns aus zu sehen, wie eine Explosions- und Schockwelle durch diesen Turm, ja, diese Explosion durchgedonnert. Und dieses Gebäude ist in Sekundenschnelle in sich zusammengestürzt. Sie können sich vorstellen, dass mehrere Mitarbeiter hier zusammenstehen und es war eine ganz schreckliche Reaktion. Hier ist mehr passiert, als nur ein Gebäude zusammengebrochen. Hier ist, ich glaube, bei vielen der Glaube an die Sicherheit dieser Gebäude überhaupt, aber auch an die Sicherheit des Landes im Moment erschüttert. Viele Gebäude, das haben Sie wahrscheinlich alles berichtet, werden evakuiert. Auch ich habe unsere Mitarbeiter freigestellt, das Gebäude zu verlassen. Viele möchten nach Hause, weil sie sich Sorgen um ihre Familie machen. Oder umgekehrt, die Familie macht sich Sorgen um sie. Das ist allerdings aus Manhattan im Moment nur schwer möglich, weil alle Brücken und alle Tunnels gesperrt sind. Diese Stadt steht unter einem riesigen Schock. Und jeder fragt sich, welche Reaktion das haben wird für das Leben in New York und natürlich darüber hinaus in den Vereinigten Staaten in den nächsten Tagen. Ja, Herr Schmidholz, Sie sind ja als Manager natürlich auch verantwortlich für viele Menschen dort in New York, in den Bürogebäuden. Gab es für Sie irgendwelche Hinweise von Sicherheitsbehörden, dass es zu Anschlägen kommen könnte? Nein, es gab keinerlei Hinweise, es gab keinerlei Diskussion, es gab nicht einmal Gerüchte. Was können Sie im Moment sehen? Sind die Straßen in irgendeiner Weise jetzt durchgängig gesperrt? Sind Menschen noch auf den Straßen, die dort versuchen, in die Richtung zu gehen? Oder versuchen jetzt alle Menschen eher Manhattan zu verlassen? Wie müssen wir uns das vorstellen in der Stadt? Unser Gebäude ist hier am Times Square. Und wenn ich nach unten sehe, dann sieht man an den Straßenecken Menschen, die nach oben gucken und diese Rauchwolken betrachten. Ganz wenig Verkehr für diese Tageszeit. Völlig ungewöhnlich leer, die Straßen. Allerdings keine, sagen wir, keine Panik, keine rennenden und eilenden und hassenden Menschen, aber doch eine sehr leere Straße, sehr leere Straßen, soweit wir sie sehen können, und ganz wenig Verkehr. Ich weiß von unseren Mitarbeitern, dass sie sich bereits Gedanken machen, wo sie heute Nacht übernachten können, für den Fall, dass sie sie überhaupt nicht mehr verlassen können. Und das wird nicht ganz einfach sein. Aber zunächst mal, das beherrschende Gefühl ist Schrecken. Und natürlich auch Angst. Jetzt bricht im Übrigen der zweite, der zweite Turm zusammen. Der zweite, der, in diesem Moment bricht der nördliche, ist es um, der nördliche Turm des World Trade Centers zusammen. Wir können doch alle hoffen, dass alle Menschen aus diesem Turm evakuiert sind. Und es gibt kein World Trade Center mehr. New York hat sein Wahrzeichen verloren. Die Welt hat ein Wahrzeichen verloren. Herr Schmutz, ich kann mir vorstellen, dass es für Sie so nah, wie Sie da dran sind, ein noch schrecklicheres Ereignis ist, was Sie da gerade kommentieren müssen. Wir haben auch die Menschen im Hintergrund gehört, die geschrien haben, oh mein Gott. Es ist etwas, eine quasi unfassbare Katastrophe, die da über Amerika hereingebrochen ist. Ich sitze im 44. Stock eines Gebäudes und denke an die Tausenden von Menschen, die in diesem Gebäude waren. Hoffentlich sind sie rechtzeitig evakuiert worden. Man kann es nur hoffen, dass die erste Explosion ist ja etwa anderthalb Stunden her. Man kann nur hoffen, dass da noch in irgendeiner Weise eine Möglichkeit bestand. Sie wissen ja genauso gut wie ich, dass in diesen großen Hochhäusern die Aufzüge natürlich ihre Motoren oben im Gebäude haben. Und wenn dann oben im Gebäude in irgendeiner Weise eine Explosion sich ereignet, wird es für Aufzüge extrem schwierig, noch nach unten zu fahren. Es gibt natürlich Fluchtwege, es gibt natürlich Treppen, die nach unten führen. Ich glaube, es dauert viele, viele Stunden, bis so ein Gebäude, in diesen beiden Gebäuden sind über 50.000 Menschen beschäftigt. Und das dauert viele, viele Stunden, bis so ein Gebäude evakuiert ist. Hoffentlich sind alle Menschen rausgekommen, aber auch die, die unten zur Hilfe geheilt sind, ich denke an die Feuerwehrleute, an alle, die jetzt versuchen, Menschen zu retten, auch die sind ja von diesem einstützenden Gebäude wahrscheinlich mitbegraben. Wir haben eben gerade ja auch die Bilder gesehen, Sie konnten das hier natürlich nicht erkennen. in New York, aber wir haben die Bilder gezeigt vom Einsturz des ersten Turmes, von Kameraleuten, die am Fuße des ersten Turmes standen und dann auf einmal, als er zusammenstürzte, natürlich versucht haben, aus dem Einsturzgebiet herauszulaufen. Also natürlich bricht da am Boden noch einmal die Panik aus. Sie sehen hier die Bilder, die wir Ihnen jetzt zeigen. Das ist der Einsturz des zweiten, pardon, des ersten Turmes. Hier sehen Sie den rechten Turm offensichtlich noch stehen vom World Trade Center. Das ist der Einsturz des ersten Turmes vor etwa einer guten halben Stunde, vor knapp 45 Minuten. Und vor wenigen Minuten ist dann auch der zweite Turm des World Trade Centers in sich zusammengefallen. Ich denke, dass wir diese Bilder auch in wenigen Minuten noch einmal zeigen können. Ja, es gibt Platz in diesem Gebäude für Sie, haben es gesagt, etwa 50.000 Menschen. Man kann nur hoffen, dass vielleicht der eine oder andere so früh, so früh ist es auf der anderen Seite auch nicht gewesen, also um kurz vor neun, noch nicht sein Büro erreicht hat. Aber nichtsdestotrotz, die Amerikaner sind natürlich auch um diese Uhrzeit normalerweise auf dem Weg zur Arbeit oder schon an ihren Arbeitsplätzen. Hier stehen Menschen um mich herum. Herr Klöppel, Sie haben wie im Landkrieg gedient als Käpt'n. Erfahrene Soldaten mit Tränen in den Augen. Hier fallen sich die Mitarbeiter in die Arme, weinen. Und New York versinkt hier, die Südspitze New Yorks versinkt hier in einer riesigen Wolke von Staub, von Asche, von Qualm. Es ist Armageddon, eine Einstellung eigentlich von einem Unglück, wie man sie bisher nur aus Filmen kennt, wo man immer sagte, so etwas gibt es in der Realität überhaupt nicht. Und jetzt auf einmal ist diese Fantasie von Filmregisseuren auf einmal tatsächlich Realität geworden. Hier sehen wir den Einsturz, die große Antenne auf der Spitze dieses Turmes, wie sie in die Tiefe rast. Und wie Sie es schon gesagt haben, das Wahrzeichen von New York, diese beiden Türme, sind nicht mehr. Es sind graben tausende Menschen unter sich. Ich glaube, Herr Klöppel, heute geht in Amerika etwas verloren, etwas kaputt. Was wir noch gar nicht ahnen, es ist nicht nur das Wahrzeichen New Yorks und Amerikas, die Welttreten der Türme, hier geht der Glauben an die Unverletzbarkeit und an ein System verloren. Die Gleichzeitigkeit der Bilder, die Zerstörung des World Trade Centers, die Verletzung des Pentagons, die Evakuierung des Reisenhauses, eine Air Force No. 1, die über die Gangwehr rollt, um den Präsidenten in Sicherheit zu bringen, das alles berührt natürlich an den Nerv der Amerikaner, die von nichts mehr natürlich überzeugt sind und wahrscheinlich auch überzeugt sein konnten, bisher als von der Unverletzlichkeit ihrer Symbole, ihrer Kraft und ihrer Macht. Das alles liegt heute in Tromman. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich diese Stadt und auch dieses Land schnell von diesem Schlag erholen kann. Ja, Sie haben völlig recht. Es ist eigentlich unvorstellbar, was dort passiert ist. Und noch weniger kann man sich vorstellen, wie das Land mit dieser Katastrophe umgehen wird. Denn Amerika kann sich nicht verschließen nach außen. Amerika kann nicht versuchen, sich abzuschotten gegen alles, was von außen kommt. Im Moment wird wahrscheinlich erst mal die völlige Ohnmacht überwiegen. Und politische Aktionen werden wahrscheinlich erst mal zurückgestellt. Und wahrscheinlich wird man erst einmal versuchen, so viel wie möglich zu tun, um dieses schreckliche Ereignis aufzuklären und um versuchen zumindest herauszufinden, wer sich dahinter verbergen kann, bevor irgendwelche weiteren Aktionen eingeleitet werden. Die Bilder, die wir jetzt hier sehen, sind Bilder aus einem Hubschrauber. Aber Sie sehen hier das Hafenbecken südlich von Manhattan, das Hafenbecken, das fast schon verdeckt wird von einer riesigen Wolke aus Rauch, aus Qualm, Explosionsstaub, der aufgeworfen worden ist, nachdem diese beiden Türme des World Trade Centers in sich zusammengefallen sind. Man hat schon Schwierigkeiten, dieses überhaupt auszudrücken, weil es so fernab ist von jeglicher Vorstellungskraft, die man normalerweise hat, wenn es um terroristische Akte geht. Aber das, was wir hier sehen, ist eigentlich eine Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wir wissen nicht, wer den Krieg erklärt hat, wer verantwortlich ist für diese vielen, wahrscheinlich 10.000 Toten, die dieses Unglück gefordert hat. Wenn Sie in dieser Stadt leben und auf diese Rauchwolke sehen, mehr sehen Sie nicht mehr vom World Trade Center und an die tausenden verschütteten Toten verbunden zu denken, dann höre ich mich reden, aber weiß nicht worüber. Aber ich habe so etwas noch nie erlebt, dass man neben sich steht, weil man einfach nicht fassen, nicht glauben kann, was in diesem Moment passiert ist und immer noch weiter passiert. Trotzdem versucht man natürlich seine gesamten Gedanken zusammen und das fällt außerordentlich schwer. Sie haben völlig recht, das ist eine Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten. Das ist natürlich auch unvorstellbar für die Menschen hier, dass dieses Land einen offensichtlich hervorragend koordinierten und geplanten Terroranschlag sozusagen zu gleicher Zeit auf die wichtigsten Zentren dieses Landes überhaupt nicht geahnt, gewusst oder in irgendeiner Weise hätte parieren können. Das ist natürlich ein Schock für die Menschen hier, die das für völlig unvorstellbar gehalten haben. Herr Schmidt-Holz, Sie können es wahrscheinlich im Moment nicht sehen. Die Bilder, die ich im Moment gerade bekommen habe von CNN, zeigten, dass ein Teil des Pentagon offenbar in sich auch zusammengestürzt ist. Für alle Zuschauer, die sich jetzt vielleicht erst zugeschaltet haben, nochmal in aller Kürze, um etwa 10 vor 3, ist ein Flugzeug in einen Turm des World Trade Centers eingeschlagen. Offensichtlich ein gelenkter Absturz, ein terroristischer Akt. Etwa 18 Minuten später dann ein zweiter Flugzeugabsturz in den anderen Turm des World Trade Centers. Beide Türme des World Trade Centers sind dann in der darauffolgenden Stunde in sich zusammengestürzt. Das Wahrzeichen von New York steht nicht mehr. Wie viele Menschen unter den Trümmern begraben sind, können wir im Moment noch überhaupt nicht wissen. Wir können nur ahnen, es wird sich im Bereich von wahrscheinlich mindestens 10.000 Toten bewegen. Fast gleichzeitig dazu kam es zu einem Anschlag auf das Pentagon in New York. Auch hier ein gelenkter Absturz, möglicherweise eines Flugzeuges, möglicherweise aber auch eines Hubschraubers. Wir wissen es im Moment nicht. Ein Teil des Pentagons ist in sich zusammengestürzt. Die Bilder, die Sie hier sehen, gerade neben mir, ist noch einmal der Zusammensturz des südlichen Turms des World Trade Centers. Der nördliche Turm, der rechts daneben steht, ist dann etwa eine halbe Stunde später ebenfalls in sich zusammengebrochen. In New York ist es jetzt um diese Uhrzeit, also um etwa 20 nach 10, natürlich voll auf den Straßen, natürlich sind überall Menschen unterwegs. Wahrscheinlich haben der Zusammensturz allein dieses Gebäudes noch viele Opfer gefordert, denn keiner hatte damit rechnen können, dass diese Türme, nachdem sie im oberen Teil in Flammen aufgegangen sind, möglicherweise einfach in sich zusammensacken würden. Herr Schmidt-Holz hat es eben gerade schon gesagt, und hier sehen Sie noch einmal diese unvorstellbaren Bilder. Herr Klappe. Ja, bitte, Herr Schmidt-Holz. Ich würde mich gerne jetzt ausblenden, ich muss mich mal um meine Mitarbeiter hier kümmern. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schmidt-Holz, Chef von B&G in New York. Vielen Dank für diese Informationen. Herr Schmidt-Holz ist ja auch ehemals Chefredakteur gewesen beim WDR, auch Chefredakteur, Herausgeber des Stern. Also ein erfahrener Journalist, der uns hier in den vergangenen 20, 30 Minuten zur Seite gestanden hat und auch seine eigenen Eindrücke beschrieben hat. Christoph Lang ist jetzt wieder zugeschaltet aus New York. Christoph, gibt es bei Ihnen schon neue Informationen? Ja, also die Situation mit Chaote wäre es noch untertrieben, wenn man es so beschreiben würde. Im Prinzip ist die gesamte Südspitze Manhattans da, wo das World Trade Center bis heute Morgen stand, abgeriegelt. Alle Straßen sind gesperrt, U-Bahnen, nichts kommt rein oder raus. Das ist auch der Grund dafür, warum es relativ wenige Augenzeugenberichte bislang gibt. Das Telefonnetz ist in großen Teilen zusammengebrochen. Wir müssen davon ausgehen, dass diese beiden Türme, es arbeiten ja, wenn sie voll besetzt sind, bis zu 50.000 Menschen darin. Das muss ich mal vorstellen. In dieser einen Stunde nie und nimmer evakuiert werden konnten. Es gibt Augenzeugenberichte, dass Menschen aus Fenstern gesprungen sind, was vermutlich ihr Leben ebenso wenig gerettet hat, wie das derer, die drinnen geblieben sind. Eine schlimmere Katastrophe kann man sich kaum vorstellen. Und wir haben den Zusammenbruch des zweiten Turms hier von uns, hinter uns, im Moment sieht man nur noch die große, große Anhauchwolke selbst beobachten können. Wenn man nicht gewusst hätte, dass es grausame Realität wäre, fühlt man sich in einen ganz, ganz schlechten Film versetzt. Ein paar mehr Informationen, die wir bekommen haben. Wie gesagt, Teile des Pentagons sind zusammengestürzt nach einem weiteren Flugzeugabsturz. Und die Ereignisse überschlagen sich. Eine Boeing 767 aus Pittsburgh, so heißt es, ist entführt worden. Wozu das führt, wir wissen es im Moment nicht. Es soll einen weiteren Flugzeugabsturz in Pennsylvania gegeben haben. Auch dazu keine Hintergründe, ob es mit dieser Anschlagsserie, dieser schrecklichen, irgendetwas zu tun haben. Eine kleine gute Nachricht, die gemeldete Explosion am Kapitol, am US-Parlament in Washington, die hat nicht stattgefunden. Es gibt ein Feuer, heißt es, in einer belebten Einkaufs-, in einer Mall, in einem Einkaufszentrum in der Gegend von Washington. Das ist es im Großen und Ganzen, was wir bislang haben. Wie gesagt, die Ereignisse, sie überschlagen sich. In der Zwischenzeit habe ich noch Informationen bekommen, dass angeblich eine Boeing 747, Christoph Lang hat kurz davon gesprochen, in Pennsylvania abgestürzt sein soll. Christoph Lang, was können Sie uns noch Neues dazu sagen? Auch hier nur sehr kurze Informationen. Es soll zwei Abstürze gegeben haben, haben wir gerade hier aus der Fernsehberichterstattung der US-Sender gehört. Einen in der Nähe von Pittsburgh und einen eben in Pennsylvania. In Pittsburgh soll es eine Boeing 767 gewesen sein. Bestätigung, Details, noch keine. Wie gesagt, hier herrscht verständlicherweise allerschlimmstes Chaos. Wir haben Bilder gesehen von der Südspitze Manhattans hier. Wir sehen es von hier nochmal kurz. Wir sehen immer noch diese gewaltige Rauchwolke, die über dem Financial District, über der Wall Street steht. Man kann auch aus der Luft relativ wenig sehen, weil eben der Qualm alles einhüllt. Die Rauchwolke zieht im Moment rüber nach Queens und Brooklyn in diese Viertel New Yorks, auf der anderen Seite des East River. Wir haben Augenzeugenberichte gehört, dass rund um das World Trade Center Menschen aus dem Fenster gesprungen sind, in dem verzweifelten und wohl vergeblichen Versuch, dieser Todesfalle zu entkommen. Wir haben es gehört, beide Türme über 400 Meter hoch. Man kann sich vorstellen, eine recht gewaltige Fläche da betroffen ist, wenn solche Türme umstürzen. Die ganze Südspitze abgeriegelt, U-Bahnen, Taxis, natürlich Straßen, alles gesperrt. New York im vollen Terrorismus-Alert, wie man hier sagt. Also Warnstufe 1 könnte man das wohl am besten übersetzen. Und wir warten auf weitere Informationen. Auch an diesem 11. September beginnen wir pünktlich um 18.45 Uhr wie an jedem Tag mit unserer Nachrichtensendung RTL Aktuell. Im Vordergrund stand, die sich überstürzenden Nachrichten des Nachmittags zu sortieren, einzuordnen und Antworten auf die Frage zu finden, wie viele Menschenleben sind, zu beklagen. Wer steckt hinter den Attentaten? In was für einer Welt leben wir nach diesen Anschlägen? Was tut aber auch der amerikanische Präsident? Welche Reaktionen kommen aus Berlin? Und immer öfter merken wir, dass wir vorerst viele Antworten schuldig bleiben müssen. Terror gegen Amerika. Selbstmordattentäter entführen Passagiermaschinen und lassen sie ins New Yorker World Trade Center stürzen. Die Türme gehen in Flammen auf. In dem Inferno sterben tausende Menschen. Auch in Washington und Pittsburgh stürzen Flugzeuge ab. Weitere Attentate werden befürchtet. Guten Abend und herzlich willkommen bei RTL Aktuell mit mir im Studio heute anlässlich dieser schrecklichen Terror-Serie. Nicht Ulrike von der Gröbe mit dem Sport, sondern LKS-Müller, die mir hier zur Seite stehen wird in den nächsten Minuten. Guten Abend. Die USA sind heute von der schwersten Terror-Serie ihrer Geschichte erschüttert worden. Terroristen sind am Nachmittag deutscher Zeit mit zwei Flugzeugen in das World Trade Center in New York gerast. Beide Türme des Hochhauskomplexes stürzen wenig später in sich zusammen. Ein weiteres Flugzeug stürzte auf das amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon in Washington. Bei den Anschlägen kamen vermutlich mehrere tausend Menschen ums Leben. Und die Ereignisse überstürzen sich auch zur Stunde noch. Eine Zusammenfassung jetzt von Michael K. und Mario Turic. Das Unglaubliche, es ist geschehen. Flammen und Rauch schlagen aus einem der beiden Türme des World Trade Centers in New York. Ein riesiges Loch klafft über mehrere Etagen. Kurz nach 8.48 Uhr Ortszeit, gerade war das erste Flugzeug in den nördlichen Turm gerast. Das ist der nächste Schock. Eine zweite Passagiermaschine rauscht in einem riesigen Feuerball in den daneben liegenden Tower. In der verlangsamten Wiederholung ist deutlich zu erkennen, wie das Flugzeug direkt auf den südlichen Turm zurast und das Gebäude rammt. Relativ schnell ist klar, hier handelt es sich um einen Terroranschlag, denn zum Zeitpunkt der Explosionen herrscht völlig klare Sicht. Ein Navigationsfehler kann deshalb nahezu ausgeschlossen werden. In den beiden Türmen, die über 400 Meter hoch sind, arbeiten zu diesem Zeitpunkt etwa 60.000 Menschen. Die Explosionen reißen Löcher mit etwa 50 Metern Durchmessern in die Glasfassaden. Trümmerteile fallen auf die Straßen, das Gebiet rund um die Zwillingstürme wird evakuiert. Präsident Bush, der zum Zeitpunkt des Anschlags eine Grundschule besucht, wendet sich an sein Volk. Eine nationale Katastrophe hat uns ereilt. Zwei Flugzeuge sind in das World Trade Center geflogen. Eine offensichtlich terroristische Attacke auf unser Land. Ich habe mit dem Vizepräsidenten gesprochen, mit dem Gouverneur von New York und mit dem FBI-Chef. Ich habe angeordnet, dass alle Kräfte der Bundesregierung den Opfern und ihren Familien zu Hilfe kommen. Ich habe eine vollständige Untersuchung angeordnet, um die Leute zu finden, die diesen Akt zu verantworten haben. Wir werden den Terrorismus gegen unser Land nicht hinnehmen. Und nun lassen Sie uns alle eine Schweigeminute einlegen. Gott segne die Opfer, ihre Familien und Amerika. Ich danke Ihnen. Und als ob die Terroristen diese Worte hören konnten, rammt fast zeitgleich mit der kurzen Ansprache ein drittes Flugzeug, das US-Verteidigungsministerium, das Pentagon-Nahe Washington. Auch hier eine gewaltige Rauchsäule über dem Gebäude. Auch hier muss von Dutzenden Toten ausgegangen werden. Und dann passiert das Unvorstellbare in New York. Eine zweite Explosion erschüttert zunächst den südlichen Turm des World Trade Centers. Das gesamte 411 Meter hohe Gebäude stürzt ein. Das gleiche Schicksal ereilt nur 30 Minuten später auch den nördlichen Turm. Riesige Trümmerteile stürzen krachend in die Häuserschluchten. Dichter, weißer Qualm füllt die Luft in weitem Umkreis. Panik in den Straßen, Passanten laufen um ihr Leben. Wir hörten einen lauten Knall. Dann sahen wir Rauch aus dem Gebäude kommen und die Leute rannten drauf los. Wir haben die Maschine auf der anderen Seite des Gebäudes gesehen und dann sprangen die Leute aus den Fenstern. Sie sprangen und wollten sich damit retten. Noch kann niemand sagen, wie viele Menschen in der Apokalypse starben. Tausende, vielleicht Zehntausende verlieren womöglich in diesen Minuten ihr Leben. Die Polizei konnte inzwischen ermitteln, dass eine Maschine, eine Boeing 767, in Boston entführt und dann direkt nach New York dirigiert wurde. Woher die anderen beiden Flugzeuge stammen, die den zweiten Turm und das Pentagon attackierten, ist noch unklar. Die Luftfahrtbehörde stoppt sofort den gesamten Flugverkehr über den Vereinigten Staaten. Alle Flugzeuge müssen den nächstmöglichen Flughafen anfliegen. Gleichzeitig werden das Weiße Haus und das Außenministerium in Washington geräumt. Vor 90 Minuten dann die nächste Hiobsbotschaft. Nahe Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania stürzt eine Boeing 747 ab. Zudem meldet die US-Luftfahrtbehörde, dass womöglich mehrere Piloten die Kontrolle über ihre Flugzeuge verloren haben. Nach der Anschlagsserie hieß es zunächst, eine Palästinenser-Organisation habe die Verantwortung für die Angriffe übernommen. Doch nur wenige Minuten später folgt durch einen hochrangigen Vertreter der Gruppe das Dementi. Die Polizei tappt zur Stunde somit noch völlig im Dunkeln, wer für diese unvorstellbaren Terrorakte in Frage kommt. Eines jedoch ist jetzt schon sicher. Es ist der größte und folgenschwerste Terrorschlag in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Live zugeschaltet aus New York ist jetzt mein Kollege Christoph Lang, der mit mir ja schon die vergangenen drei Stunden dieses Ereignis kommentiert hat. Christoph, können Sie uns kurz auf den letzten Stand bringen? Wie sieht im Moment die Lage dort unten im Süden von Manhattan aus? Na, Sie sehen es ja hinter mir, diese riesige Rauchwolke steht noch immer über dem Süden von Manhattan. Der gesamte Bereich rund um die Wall Street, rund um das Gebiet, wo ehemals das World Trade Center stand, ist abgeriegelt, hermetisch. Alles ist evakuiert, keine U-Bahnen gehen da mehr rein, kein Verkehr, nur noch eben Rettungssanitäter und Feuerwehr. Aber die Lage muss grässlich sein. Es sieht aus wie nach einem Vulkanausbruch, sagt der Einzeuge. Alles wird aus einem dichten weißen Staub bedeckt, eben von diesen Explosionen. Die Sicht muss teilweise unter einem Meter gewesen sein. Hitze, Verwirrung und natürlich Panik unter den vielen. Es gibt erste Zahlen. 38 Tote, darunter Kinder, meldet ein Krankenhaus. Aber Polizeibeamte, die da unten im Einsatz sind, die sprechen von mindestens mehreren Tausend, wahrscheinlich sehr viel mehr. 40.000 Menschen haben im World Trade Center in dieser Stunde wohl gearbeitet. Es gibt Augenzeugenberichte von Menschen, die es aus dem 80. Stock über Treppenhäuser in einem Abstieg über eine Stunde, teils durch dichten Rauch in die Sicherheit und nach draußen geschafft haben. Aber das werden nicht besonders viele sein. Man muss mit dem Schlimmsten rechnen. Was können die Rettungskräfte in dieser Situation überhaupt dort unten tun? Die können eigentlich nur versuchen, die Situation ein bisschen in den Griff zu bekommen. Wir hören vielleicht die Sirenen hier hinter uns. Immer wieder Rasenfeuerwehr aus allen Ecken und Enden, darunter in den Süden. Aber die Straßen sind verbarrikadiert. Es ist immer noch eben dieser ganz dichte weiße Staub, der alles bedeckt und der die Sicht fast und auch das Atmen fast unmöglich macht. Die Feuerwehrleute, so wurde uns berichtet, müssen immer wieder in öffentliche Brunnen gehen oder unter ihrer eigenen Wasserschläuche, um sie immer ein bisschen abzuspülen, sonst können sie gar nicht arbeiten. Im Moment ist die Situation absolut chaotisch. Christoph, gab es irgendwelche Hinweise darauf, dass sich in diesen Tagen solch ein Anschlag ereignen sollte? Noch dazu ein Anschlag von ungeahnten Ausmaßen? Es ist heute durchgesickert, dass es vor drei Wochen Hinweise gegeben haben soll, dass Osama Bin Laden, also dieser afghanische Terrorist, der bei den Taliban in Afghanistan eben Unterschlupf gefunden hat, dass der einen Anschlag oder eine Anschlagsserie planen soll, schlimmer als alles je dagewesene. Aber ganz offensichtlich hat man das entweder nicht ernst genommen oder nicht verifizieren können. Es war bis heute auch zumindest mir nicht bekannt und das kann zu einem echten Problem für George Bush, auch für das Selbstverständnis der Amerikaner werden. Denn diese World Trade Center, die Twin Towers, die waren so ein bisschen natürlich das Symbol für Amerika, für die wirtschaftliche Macht, für die wichtigste Börse in den USA, New York Stock Exchange gleich daneben. Und dann eben auch dieser Anschlag auf das Pentagon, auf das Verteidigungsministerium in Washington, wo es auch Tote gegeben hat. Da hat jemand die beiden Grundpfeiler des US-Selbstverständnisses getroffen, nämlich das Geld und die militärische Macht. Vielen Dank, Christoph Lang. Wir wollen später noch mal zu Ihnen schalten in der Sendung, um dann auch etwas mehr auf die Hintergründe, auch die Folgen dieses Anschlages einzugehen. Wir schalten jetzt aber zunächst weiter zu unserem Kollegen Christoph Sagurna in Moskau. Christoph, wie hat man in Russland, wie hat der russische Präsident auf die Nachricht von diesen Anschlägen reagiert? Ja, zunächst herrschte auch hier fast eine Stunde lang Sprachlosigkeit, wie anderswo auf der Welt auch. Und dann fand Präsident Putin die Worte wieder. Und in einer kurzen Note wandte er sich an das amerikanische Volk und drückte sein tiefes, tiefes Mitgefühl, wie er sagte, aus. Kurz darauf, so sein Sprecher, hat er auch einen Telegramm mit ähnlichem Inhalt an Präsident Bush nach Amerika geschickt. Dann, so hieß es, hat sich Putin über amerikanische Fernsehsender weiter über die Tragödie erkundigt und dann die sogenannten Machtminister einberufen, also den Außenminister, den Verteidigungsminister, den Innenminister und den Katastrophenschutzminister und einige Maßnahmen beschlossen. Auch hier in Russland schottet man sich jetzt ab. Der Flugverkehr ist eingeschränkt, die Flüge nach Amerika eingestellt. Es werden sogenannte antiterroristische Maßnahmen ergriffen, was immer das im Einzelnen bedeutet. Und die Flugabwehr und die Raketentruppen sind in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden, so sagte man uns aus dem Kreml. Welche Möglichkeiten hat Russland denn, um den Amerikanern jetzt bei der Suche nach den Urhebern dieses Anschlages zu helfen? Möglicherweise mehr, als wir im Moment annehmen. Denn Russland hat ja auch, das dürfen wir nicht vergessen, ein hausgemachtes Terroristenproblem in Tschetschenien. Und die tschetschenischen Rebellenführer dort werden ja immer wieder mit Osim Bin Laden in Verbindung gebracht. Das heißt ja, er sei der Geldgräber dieses immer noch schwelenden Konfliktes dort. Und natürlich, der russische Geheimdienst ermittelt dort in Tschetschenien, ermittelt über die Verbindungen nach Saudi-Arabien, möglicherweise nach Afghanistan. Und ich könnte mir vorstellen, dass da gerade die Drähte glühen und dass man sich dort sehr, sehr intensiv austauscht. Ganz herzlichen Dank schon mal, Christoph Sogorner, live aus Moskau. Wenn es von dort Neuigkeiten gibt, dann werden wir natürlich auch nochmal zu Ihnen schalten. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass es sehr unklar ist im Moment, wie viele Opfer es tatsächlich gegeben hat, bei dem Zusammensturz der beiden Türme des World Trade Centers. Büroräume gibt es dort für etwa 40.000 Menschen. Es war, der Anschlag geschah um etwa 9 Uhr heute Vormittag amerikanischer Zeit. Wir müssen also damit rechnen, dass es sehr viele Menschen alt auch in den Büros gab zum Zeitpunkt dieser Attentate. Gesa Eber mit weiteren Einzelheiten. Um 10 nach 9, als das zweite Flugzeug den Südturm rammt, wird bei diesen Bildern klar, dass kein Mensch in den oberen Stockwerken überlebt haben kann. Durch die Explosion in den Wolkenkratzern fällt die Technik aus. Keiner der 104 Aufzüge funktioniert mehr. Wer jetzt im dicken Rauch eingeschlossen ist, erstickt in wenigen Sekunden durch giftige Gase an einer Rauchvergiftung. In den Etagen darunter bricht Panik aus. Schätzungsweise 100 Menschen können sich noch über die Feuerleitern oder den Sprung durchs Fenster retten. Bis 60 Minuten später der Südturm in sich zusammenbricht. Ich unterstelle mal, dass sicherlich noch Möglichkeiten bestanden haben, aus diesem Gebäude unterhalb dieses Ereignisses, dieses Einsturzes, sicherlich noch aus dem Gebäude herauszukommen. Ich weiß nicht, ob es möglich gewesen wäre, dort auch noch tatsächlich Rettungskräfte hineinzuschicken. Zur gleichen Zeit stürzt ein anderes Flugzeug ins Pentagon in Washington. In ein Gebäude mit 10.000 Menschen, die sich vermutlich fast alle retten können. Als um 10.30 Uhr Ortszeit in Manhattan auch der Nordturm in sich zusammenfällt, wird klar, dass womöglich fast alle 40.000 Beschäftigte tot sind. Wer sich womöglich retten wollte, liegt jetzt unter den Trümmern begraben. Wäre die Katastrophe nur ein paar Stunden später passiert, dann wären jetzt zusätzlich bis zu 80.000 Touristen in dem bekanntesten Wahrzeichen des Landes umgekommen. Um 17.05 Uhr, also vor knapp zwei Stunden, hat New Yorks Bürgermeister Rudolf Giuliani die Evakuierung des südlichen Manhattan angekündigt. Ob diese Aktion in all dem Chaos überhaupt möglich war oder noch ist, ist im Moment nur äußerst schwer zu sagen. Es wäre auch die größte Evakuierung in der Geschichte der USA, denn allein in Manhattan selber leben ja Millionen Menschen. Und parallel dazu räumen die Behörden sämtliche Ministerien der USA, das Weiße Haus, das Gebäude der Vereinten Nationen in New York und auch den gigantischen Sears Tower in Chicago. Wie eine solche Evakuierungsoperation ablaufen könnte, dazu Werner Kreuz. Menschen in Panik, getrieben von der Angst um Leib und Leben. Ihr Verhalten ist irrational und das stellt in diesem Moment die größte Gefahr gerade für jene Menschen dar, die ihnen helfen wollen. Ein Anschlag wie in den USA lässt keinen Raum zur Vorbereitung. Leben retten, egal wie, das ist die Devise der Hilfsmannschaften. Alle wird man sicherlich nicht retten können, zumal ja hier sehr wenig Zeit war, bis weitere Anstiege gefolgt sind. Gebäude wie das World Trade Center in New York oder das Pentagon in Washington beherbergen bis zu 50.000 Menschen. Sie alle sicher aus dem Gebäude zu bringen, ist eine Knochenarbeit, die Stunden dauert. Ein Feuerwehrmann kann sich rettungsdienstmäßig mit einem beschäftigen. Und wenn sie jetzt 1.000 Verletzte haben, brauchen sie fast 1.000 Feuerwehrleute, wenn dieses Verletzungsbild, was sicherlich dort vorherscht, sich darstellt. Dazu kommt noch, dass die Sicht in den Katastrophengebieten gleich Null ist. Und dies vergrößert die Panik unter den Menschen nur noch. Feiner weißer Staub legt sich in die Augen und auf die Atemwege. Verletzte müssen mitten auf der Straße behandelt werden, wenn man ihr Leben überhaupt retten will. Und dann geschieht in New York die größte Katastrophe überhaupt. Der Einsturz der beiden Türme in New York hat Feuerwehrmänner, Ärzte und Sanitäter in die gleiche tödliche Falle gerissen, aus der sie andere retten wollten. Wenn die einstürzen, haben sie allein einen Trümmerschatten von mehreren Hunderten von Metern. Und das zu einer Zeit, ich glaube, das war so halb neun, neun Uhr in New York, da sind sehr viele Leute unterwegs. Das heißt, da sind tausende unter den Trümmern verschüttet. Und es ist auch davon auszugehen, dass da nicht mehr sehr viel dann lebt, wenn eine derartige Masse von Beton aus der Höhe abstürzt. Doch das Wort aufgeben gehört nicht zum Vokabular der Rettungsmannschaften in Amerika. Zur Stunde laufen im Herzen von New York und in von Washington die größten Rettungsaktionen an, die die Welt bisher gesehen hat. Doch nur ein Wunder kann hier noch helfen, mehr als ein paar Menschenleben zu retten. Die Nachricht von den Terroranschlägen traf die Bundeshauptstadt Berlin natürlich wie ein Schock. Bundeskanzler Gerhard Schröder sprach den USA sein tiefes Mitgefühl aus. Auch in der deutschen Hauptstadt wurde sofort ein Krisenstab eingerichtet. Ein Bericht von Susanne Ungrath. Und wir sehen jetzt die Bilder und es heißt auch, das Weiße Haus soll evakuiert werden. Ungläubiges Entsetzen im Deutschen Bundestag. Von einem Moment zum anderen unwichtig geworden, die Haushaltsdebatte. Jeder Fernsehbildschirm wird belagert. Die USA, ein Land weit entfernt. Doch der Terroranschlag mitten ins Herz Amerikas traf auch die Deutschen ins Mark. Die Bilder aus New York und Washington schockieren Besucher wie Politiker. Das deutsche Volk steht in dieser Stunde, die so schwer ist für die Menschen in den Vereinigten Staaten, fest an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe dem amerikanischen Präsidenten George Bush die uneingeschränkte Solidarität Deutschlands zugesichert. Ich habe das soeben im Fernsehen gesehen. Es ist ein schreckliches Ereignis. Unsere Sympathie und unser Mitgefühl gilt unseren amerikanischen Freunden. Der Bundestag unterbrach sofort die Sitzung. Die Fahnen vor dem Gebäude wehen auf Halbmast. Alarmstimmung auch in Deutschland. Die Sicherheitsvorkehrungen werden verstärkt. Der Reichstag abgeschottet. Bundeskanzler Schröder berief den Bundessicherheitsrat zu einer Krisensitzung ein. Weiträumige Absperrungen und Polizeipanzer auch vor der amerikanischen Botschaft in Berlin. Auch hier Angst. Denn keiner weiß, ob man hier vor der Terrorwelle geschützt ist. Die Reaktion der Politiker hilflos. Ich glaube, dass natürlich jetzt die engste Solidarität der westlichen Welt, der freien Welt, angesagt ist. Und wir können ja alle nicht absehen, ob wir nicht auch Opfer solcher Anschläge werden können. So wie hier in Brandenburg überwachen die Radars der Militärs rund um die Uhr den Luftraum über Deutschland. Jetzt erst recht, seit der Ernstfall Amerika getroffen hat. Geschockt auch die Börse in Frankfurt. Die Kurse stürzten in die Tiefe. Milliarden vernichtet. Ich glaube, man sollte jetzt erst mal den Handel aussetzen. Man sollte mal in Ruhe darüber nachdenken, weil hier ist Panik ausgebrochen. Niemand weiß, wie es jetzt weitergeht. Nicht nur an der Börse in Frankfurt. Und wir sind verbunden mit unserem Berliner Korrespondenten Gerhard Hofmann. Gerhard, wir haben die erste Reaktion von Bundeskanzler Schröder gerade gesehen. Was kann Deutschland jetzt tun? Deutschland kann jetzt zunächst einmal die Krisenstäbe tagen lassen. Im Außenamt ist einer zusammengetreten und im Innenministerium ein ressortübergreifender. Natürlich will man auch wissen, ob unter den vielen Opfern Deutsche waren. Das ist bisher noch vollkommen unklar. Eines weiß man, dass in der Nähe des World Trade Centers vier deutsche Banken ihre Filialen hatten. Bundesaußenminister Fischer ist sofort ins Bundeskanzleramt gefahren heute Nachmittag. Der Bundessicherheitsrat ist zusammengetreten. Wir haben es gehört. Und es wurden insgesamt zahlreiche politische Treffen, Feste, die für heute Abend geplant waren, Theateraufführungen abgesagt. Bundespräsident Rau hat ebenfalls dem amerikanischen Präsidenten sein Entsetzen und sein Mitgefühl und die Solidarität der Deutschen mit dem amerikanischen Volk ausgedrückt. Morgen früh um 9 Uhr wird hier im Bundestag eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Schröder erwartet. Danach soll der Bundessicherheitsrat erneut zusammentreten. Und in Brüssel wird es eine Sondersitzung der EU-Außenminister geben. Schröder hat eine geplante Reise nach Stockholm zu einer Konferenz über besseres Regieren abgesagt. Gibt es denn irgendetwas, was die deutschen Sicherheitsbehörden tun können, um möglicherweise auch zur Aufklärung dieser Taten beizutragen? Gibt es da Verbindungen in diese Gruppen hinein? Es gibt ganz sicher Verbindungen. Das BND und auch das Bundesamt für Verfassungsschutz läuft natürlich jetzt auf Hochtouren bisher verlautete. Nur es gäbe keine Hinweise darauf, dass auch in Deutschland irgendetwas geplant sei. Das war in den USA ja offenbar genauso. Allerdings ist deshalb hier überall in Berlin Sicherheitsstufe 1 angeordnet worden. Natürlich für die US-Botschaft, die israelische Botschaft und auch für das Bundeskanzleramt. Vielen Dank für diese Informationen. Live aus Berlin unser Korrespondent Gerhard Hofmann. Noch ist nicht klar, wir wissen es ja inzwischen, wer für die Katastrophe von New York und von Washington verantwortlich ist. Hochrangige Vertreter der Demokratischen Front für die Befreiung Palästinas haben inzwischen dementiert, dass ihre Organisation etwas mit dem Anschlag zu tun hat. Diese Organisation hatte ja als erste zumindest eine Urheberschaft in irgendeiner Weise für sich reklamiert, kurz nach dem Attentat. Doch das Attentat heute war auch nicht der erste Terroranschlag auf das World Trade Center. Daniela Stolz und Silke Teichmann berichten. Der 26. Februar 1993. In der Tiefgarage des World Trade Centers explodiert eine Autobombe. 200 Kilogramm Plastiksprengstoff. Sie reißen einen 30 mal 60 Meter großen Krater in das Fundament des Gebäudes. Sechs Menschen sterben, über 1000 werden verletzt. Die Terroristen haben sich ganz bewusst das markante Wahrzeichen der Stadt ausgesucht. Denn viele Opfer und die Aufmerksamkeit der ganzen Welt waren ihnen garantiert. Genau wie beim heutigen Anschlag. Das bedeutet, dass die gesamte arabische Welt ihre Angst, ihren Respekt vor den Vereinigten Staaten verloren hat. Denn jetzt sieht man, dass Amerika verwundbar ist. Und zwar sehr leicht verwundbar. 1993 wusste man schon kurze Zeit später, vier muslimische Fundamentalisten haben die Bombe in der Tiefgarage gezündet. Die Täter wurden festgenommen und ein Jahr später zu jeweils 240 Jahren Haft verurteilt. Der Drahtzieher des Anschlags war zu dieser Zeit noch auf freiem Fuß, der blinde Scheich Oma Abdel Rahman. Er soll das Attentat in Auftrag gegeben haben. Dafür wurde er 1995 zu lebenslanger Haft verurteilt. Er verpflichte eine militante Auslegung des Begriffs Heiliger Krieg. Einer seiner Wegbegleiter ist Osama Bin Laden, der als gefährlichster Terrorist der Welt gilt. Bin Laden soll verantwortlich sein für die Bombenanschläge auf US-Botschaften in Kenia und Tansania 1998. Dabei starben 263 Menschen. Der saudiarabische Millionär lebt unter dem Schutz der Taliban in Afghanistan und wird dort versteckt. Wer auch immer dieses Attentat heute auf das World Trade Center verübte, hat gezeigt, dass er von nichts zurückschreckt. Und dass er gefährlich ist für den Frieden in der ganzen Welt. Wir haben eben gerade noch eine neue Information bekommen. Der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark hält den Moslem-Extremisten Osama Bin Laden, über den wir ja auch eben gerade schon mehrmals gesprochen haben, für den möglichen Hauptrahtzieher der Anschläge. Er sagt wörtlich, der erste Verdacht gilt Bin Laden. Wir wussten seit einiger Zeit, dass es Leute gab, die einen solchen Anschlag oder die das geplant haben, sagte Wesley Clark. Wenn dies Terrorismus ist, internationaler Terrorismus, dann brauchen wir eine weit bessere Zusammenarbeit zwischen den Ländern, fügte er hinzu. Wir wollen aber jetzt noch mal kurz zu unserem Amerika-Korrespondenten Christoph Lang schalten. Wir haben viel über die Urheberschaft gesprochen, in erster Linie aber spekuliert. Aber was jetzt natürlich auch jeder sich fragt, ist, wie wird die weitere Reaktion der amerikanischen Regierung aussehen? Na, hier wird bereits viel gesprochen, verglichen mit Pearl Harbor, also dem Überfall der Japaner auf Hawaii 1941. Und der Gouverneur des Staates New York, Pataki, hat bereits gesagt, Amerika ist im Krieg. Der Staat New York, die Stadt New York ist überfallen worden. Wir sind im Krieg und das sagt vieles, so empfinden das die Amerikaner nämlich hier. Und ich glaube, George Bush wird jetzt gezwungen sein, ganz schnell und ganz hart zu reagieren. Ganz hart, das ist für die Amerikaner vermutlich nicht das Problem. Ganz schnell dürfte das Problem sein, denn hier stellen sich natürlich zwei Fragen. Erstens, wie, wer wirklich, welches kranke Hirn kann sich sowas einfallen lassen? Wer nimmt den Tod so vieler unschuldiger Zivilisten in Kauf? Und genau das ist, und die zweite Frage ist, was machen wir jetzt? Und genau das ist das Problem, glaube ich, für die Regierung Bush. Ich habe zumindest den Eindruck, dass sie selbst nicht so genau wissen, wer nun hinter dem Allen steht. Also wie soll man reagieren? Aber Bush muss Stärke beweisen. Es ist eine ganz schlimme und gewaltige Schlappe für die US-Regierung, dass sie von dieser Anschlagsserie, die ja koordiniert war, die man nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln kann, offensichtlich vorher nichts gewusst hat oder zumindest nichts dagegen tun konnte. Sie haben gerade Pearl Harbor schon angesprochen. Damals war Amerika unter Schock. Ist das der Zustand, in dem sich jetzt auch die Nation befindet? Ein Schock, der aber möglicherweise dann in einen gewissen Aktionismus auch münden könnte? Ich denke, Schock mündet bei den Amerikanern immer letztendlich in Wut. Und genauso war es ja an Pearl Harbor auch. Dieser Anschlag der Japaner war letztlich ihr eigenes Todesurteil, was den Krieg betrifft. Denn dann begann die amerikanische Maschine so richtig zu rollen. Und ich denke auch jetzt, jetzt wird jeder Stein umgedreht und jetzt werden die Amerikaner alle Register ziehen um der Welt. Es geht ja hier auch um Macht, um Einfluss, um ihr Selbstverständnis, der Unverwundbarkeit, um der Welt zu zeigen, wer das getan hat. Er hat es zwar geschafft, aber er wird bitter, bitter dafür büßen. Ob es möglich ist, ob es klappt, ganz andere Frage. Kann man sagen, jetzt schon Amerika wird nie wieder das sein, was es gewesen ist vor diesem Tag? Also wenn man sieht, wie allein diese Bombe in Oklahoma City, Timothy McVeigh damals im Murrah Building, wie das die Amerikaner im Herzen getroffen hat. Die Tatsache, dass da einer, ein US-Soldat, ein Einzelner, so einen Schaden und so viele Tote hervorrufen kann. Dann, wenn man sieht, was das für die Amerikaner bedeutet hat, dann ist das jetzt natürlich die Potenzierung davon. Das ist noch viel, viel schlimmer. Das hat Amerika verändert und das wird so bleiben. Und wir werden die wahren Folgen wohl erst in sehr langer Zeit sehen. Wir werden uns heute Abend wohl noch darüber unterhalten. Wir einen ganz herzlichen Dank, Christoph Lange, auch für Ihren Einsatz und für Ihre Informationen aus New York. Ja, LKS Müller hat jetzt zu diesem Thema noch weitere Informationen. Ja, begonnen hat die ganze Katastrophe ja offensichtlich mit der Entführung einer Boeing 767 der American Airlines. Wer die Kontrollen an den Flughäfen in Europa und auch in den USA kennt, der fragt sich unweigerlich, wie konnte es überhaupt passieren, alle Sicherheitssysteme problemlos zu passieren. Wie leicht es heutzutage leider immer noch ist, diese Kontrollen zu überwinden, das zeigen Burkhard Kress und Angelika Wolf. Ja, einen Moment, jetzt müssen wir ganz kurz unterbrechen, denn eben gerade bekommen wir das Bild von George Bush, der in Louisiana offensichtlich spricht. Ich stehe regelmäßig im Kontakt mit dem Vizepräsident, dem Verteidigungsminister, dem nationalen Sicherheitsteam und meinem Kabinett. Wir haben alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, alle angemessenen Sicherheitsvorkehrungen, um das amerikasische Feld zu schützen. Unsere Soldaten zu Hause und weltweit befinden sich im Alarmzustand. Und wir haben die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um die Funktionsfähigkeit der Regierung aufrechtzuerhalten. Wir stehen in Kontakt mit den Führern des Kongresses und den politischen Führern weltweit, um sicherzustellen, dass wir tun werden, was immer notwendig sein mag, um Amerika zu beschützen und die Amerikaner zu beschützen. Ich rufe das amerikanische Volk dazu auf, mich in diesen Bemühen zu unterstützen und ich danke all denen, die hart dafür kämpfen, unsere Mitbürger zu retten. Und bitte sprechen Sie mit mir zusammen, ein Gebet für die Opfer und ihre Familien. Die Entschlossenheit unserer großen Nation wird auf die Probe gestellt und wir werden der Welt zeigen, dass wir diese Prüfung bestehen. Gott schütze Sie. Soweit der amerikanische Präsident George Bush. Er war ja zum Zeitpunkt des Anschlages, also um etwa 9 Uhr amerikanische Ostküstenzeit in Florida, ist dann nach unseren Informationen nach Louisiana weitergeflogen und hat dort auf dem Flughafen einer Luftwaffenbasis diese Pressekonferenz gegeben. Nach unseren Informationen. Er sagt also ganz klar, wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit ähnliche Anschläge in naher Zukunft nicht noch einmal geschehen werden. Und die Entschlossenheit der großen amerikanischen Nation, sagt er, ist ungebrochen und wir werden alles tun, um diese Menschen, die das hier hervorgerufen haben, die diese Terrorakte verübt haben, zur Rechenschaft zu ziehen. Das ist natürlich genau das, was die Amerikaner in dieser Situation auch hören müssen, was sie auch hören wollen. Sie können nicht mehr erwarten von ihrem Präsidenten in dieser Situation. Was wir jetzt aber schon sagen können, das, was er auch selber gesagt hat, es ist eine der größten Prüfungen, die die amerikanische Nation je zu bestehen hatte. Mit Sicherheit eine der größten Prüfungen überhaupt in den vergangenen 50 Jahren. Aber er sagte halt auch, dass wir entschlossen sind, diese Prüfung zu bestehen und dass Amerika diese Prüfung auch bestehen wird. Weiter jetzt noch einmal mit LKS Müller, die ja eben gerade von mir abrupt unterbrochen wurde. Damit wir den amerikanischen Präsidenten Kurs zuschalten können. Genau, und es geht nochmal um die Sicherheitssysteme an den Flughäfen dieser Welt und wie leicht sie leider auch zu überwinden sind. Dies ist nur eine Übung. Eine Übung, wie sie Luftfahrtgesellschaften für ihre Mitarbeiter machen. Wie verhalte ich mich im Fall einer Entführung? Die Entführung einer Passagiermaschine. Albtraum einer Fluggesellschaft. Nicht selten sind die Täter politische Fundamentalisten. Killer-Kommandos, die vor Kamikaze-Akten ebenso wenig zurückschrecken wie vor Mord. 22. November 1996. Eine entführte äthiopische Verkehrsmaschine mit 145 Passagieren an Bord stürzt vor den Kumoren ins Meer. 125 Menschen sterben. 29. Dezember 1999. Ein entführter Airbus der Indien Airline gerät kurz nach dem Start in die Gewalt von militanten muslimischen Terroristen aus Kaschmir. Eine Geisel wird ermordelt. Aber wie leicht ist es für die Entführer in so eine Maschine hineinzukommen? Reichen einfache Waffen, um eine große Passagiermaschine zu kidnappen? Vor zwei Jahren machten wir von RTL den Test. Mit einer Pistole im Schuh, professionell im Absatz eingebaut, fliegen wir auf typischen Urlaubsstrecken und man sieht sie nicht. Unsere Pistole. Zwar piepst das Gerät bei Uhren und Schlüsseln, aber unser gespickter Absatz bleibt unbemerkt. Und auch als wir die Waffe in unserer Handgepäcktasche verstecken, wird sie nicht bemerkt. Und zweimal Sicherheitskontrollen in Palma de Mallorca. Und bei Überseepflügen ist die Strecke nach Amerika sicherer. In einen weiteren Test weihen wir Otto Ziegelmeier ein, damals Geschäftsführer der unabhängigen Flugbegleiterorganisation UFO. Also wenn das klappen sollte, das wäre ein absoluter Hammer und Skandal. Also damit dürfen sie nicht durchkommen. Flughafen Düsseldorf. Es funktioniert. Die Waffe im Schuh bleibt unentdeckt. Flughafen Heathrow. Auch hier hätten Kriminelle leichtes Spiel gehabt. Die Pistole steckt in der Zeitung. Und hier der Beweis. Unbehelligt sitzen wir im Passagierraum und könnten jetzt eine Entführung starten. Und das ist damals unser nächstes Ziel gewesen. New York. Noch im Taxi verstecken wir die Waffe in unserem Schuh und bei der Sicherheitskontrolle am Airport bemerkt wieder keiner, was wir treiben. Insgesamt hat unser Test bei über 20 Flughäfen weltweit funktioniert. Wie die Terroristen in die Unglücksmaschinen von heute hinein gelangt sind, kann man zurzeit nur spekulieren. In Amerika, so Experten, seien Sicherheitsvorkehrungen heute eher noch liberaler als zur Zeit unseres Tests. Die Nachricht von den fürchterlichen Anschlägen verbreitete sich auch hierzulande wie ein Lauffeuer. In Straßencafés, Geschäften, auf Flughäfen, überall liefen die Menschen zusammen und sprachen über das Unfassbare. Trotz der Entfernung zu den USA ist die Bestürzung, die Anteilnahme und auch die Angst riesengroß. Reaktionen hat Kai Rolker zusammengefasst. Menschen auf dem Flughafen Hannover heute Nachmittag. Sie schauen auf die Monitore, sehen die Bilder des Grauens, des tausendfachen Sterbens. Ich habe eine Leere und Traurigkeit ist unbeschreiblich. Es ist also erschütternd. Und auch verwunderlich, wie anfällig in dem Moment die westliche Welt dann doch ist. Viele Menschen, wie hier in München, erfahren aus Kaufhausfernsehern von den Anschlägen. Ich bin ziemlich betroffen, weil ich auch ständig hin und her fliege. Und man sich jetzt vorstellen kann, dass das ja nicht nur eine Stadt ist, wo sowas passieren kann, sondern das ist ja theoretisch überall denkbar. Im Frankfurter Bankenviertel haben viele ein besonderes Mitgefühl mit den Opfern. Viele der Angestellten hier sind selber häufig in den USA. Erschrecken, schlichtes Erschrecken und Entsetzen und zugleich Mitleid und Mitleiden mit denjenigen, die es betroffen hat. Ein Tag, an dem ganz Deutschland Trauer trägt. Für morgen wurde für viele öffentliche Gebäude Halbmast angeordnet. Der Schock nach den Bildern aus New York und Washington sitzt tief. Das Ziel der Terroristen bisher sind es Einrichtungen in den USA. Doch auch in Deutschland herrscht Angst vor möglichen Attentaten. Die Sicherheitsbehörden und Hilfskräfte sind in Alarmbereitschaft. Volker Kurz berichtet darüber. Besonders gefährdete Objekte wie amerikanische und israelische Botschaften, jüdische und palästinensische Einrichtungen stehen seit dem Nachmittag unter besonderem Polizeischutz. Bundesweit wurden am Nachmittag Krisenstäbe eingerichtet. Innenministerien, Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz beraten über verschärfte Sicherheitsmaßnahmen in ganz Deutschland. Im Kanzleramt wurden die Fenster vergittert und Alarmstufe 1 ausgerufen. Der Bundessicherheitsrat unter Vorsitz des Kanzlers ist zusammengetreten. Die Angst vor Anschlägen ist auch in unserem Land sehr groß. Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Wer diesen Terroristen hilft oder sie schützt, verstößt gegen alle fundamentalen Werte, die das Zusammenleben der Völker untereinander begründen. Einzelheiten über Sicherheitsmaßnahmen werden nicht genannt. Die Angst, dass Sicherheitsvorkehrungen unterlaufen werden könnten, ist nach diesem bislang für unmöglich gehaltenen Terroranschlag allgegenwärtig. Auch die Flugsicherheit ist auf ein Maximum erhöht worden. Der Luftraum über Deutschland wird mit Argus-Augen überwacht. Auf den internationalen Flughäfen werden Sicherheitskräfte und Polizeipersonell verstärkt. Es gibt natürlich gewisse Sicherheitsmindesthöhen, die wir immer einhalten. Aber wenn natürlich ein Pilot mit Absicht diese Sicherheitsmindesthöhe unterschreitet, dann kann der Fluglotse ihn darauf aufmerksam machen. Aber wenn ein Terrorist natürlich das mit Absicht macht und das gar nicht will, dann kann auch die Flugsicherung nichts machen. Besonders die amerikanischen Militärbasen in Deutschland sind hermetisch abgeriegelt und werden wie hier der Militärflughafen in Rammstein streng bewacht. Die Gefahr ist unberechenbar. Der Schock der heutigen Terroranschläge sitzt auch in Deutschland tief. Ja, der Terrorakt, über den wir seit heute Nachmittag um drei Uhr berichten, hat sich abgespielt ab 8.42 Uhr amerikanischer Zeit. Wie wir inzwischen wissen, waren insgesamt vier Flugzeuge an den Terrorakten beteiligt. Zwei Maschinen der American Airlines, eine Boeing 767 und eine Boeing 757. Die eine war auf dem Weg von Boston nach Los Angeles, die andere auf dem Weg von Washington D.C. nach Los Angeles, sind in das World Trade Center gelenkt worden. Eine Maschine der United Airlines, die von Newark nach San Francisco flog, ist bei Pittsburgh abgestürzt. Über die Hintergründe wissen wir nichts Genaues. Und die zweite Maschine der United Airlines, die auf dem Weg von Boston nach Los Angeles gewesen ist, ist offensichtlich dann auf das Pentagon gestürzt. In allen Flugzeugen waren etwa 50 bis 80 Menschen jeweils. Was sich dort an Bord abgespielt hat, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Natürlich ist die Gefahr eines Krieges nach einem Anschlag dieser Größenordnung gewachsen. Wie groß tatsächlich die Gefahr ist, welche Möglichkeiten bestehen, dass ein Krieg vielleicht auch verhindert werden kann, gegen wen überhaupt Krieg geführt werden sollte, dazu jetzt ein Bericht. Die fürchterlichen Anschläge auf das World Trade Center in den USA. Völlig unvorhergesehen ein eiskalter Akt des Terrors. Selbst der amerikanische Geheimdienst CIA hatte nie damit gerechnet, dass irgendjemand einmal auf die irrsinnige Idee kommen würde, mit einem Flugzeug in die Wolkenkratzer zu fliegen. Bekannt zu dem Anschlag hat sich eine palästinensische Splittergruppe. Mit einer Boeing 767 rasten die Terroristen in die höchsten Gebäude von New York City, ein tonnenschwerer Koloss aus Stahl. Die USA setzen jetzt nach Einschätzung von Militärexperten ihre Streitkräfte in höchste Alarmbereitschaft. Darunter auch die 6. US-Flotte im Mittelmeer. Amerika ist alles andere als unangreifbar. Das hat die Katastrophe heute am 11. September 2001 so grauenvoll wie nur irgend möglich gezeigt. Und vermutlich steckt er hinter diesen Attacken. Osama Bin Laden, der gefährlichste Terrorist der Welt. Er hasst Amerika auf den Tod. Für ihn ist es das Reich des Bösen. Der arabische Terrorismus, so sind sich die Experten einig, hat Amerika heute den Krieg erklärt. Wie Amerika auf die größte nationale Katastrophe in der Geschichte des Landes reagieren wird, weiß zur Stunde noch niemand. Präsident Bush hat in einer ersten Reaktion vom Werk von Terroristen gesprochen. Der Attack am World Trade Center hat Amerika und die Welt in tiefe Trauer gestürzt. Die Gefahr eines Vergeltungsschlages von amerikanischer Seite wächst. In Deutschland ist natürlich auch immer die Frage jetzt bei vielen Menschen, wie können wir uns schützen vor Anschlägen dieser Art. Wie wir in Amerika gesehen haben, mag man zwar beim Bau solcher Gebäude an alle Möglichkeiten denken, aber an die Möglichkeiten, die sich ein krankes terroristisches Hirn ausdenkt, diese Möglichkeiten kann man offensichtlich nicht mit einschließen. Wie Terrorismus, wie Katastrophenschutz in Deutschland aussieht, dazu jetzt ein Beitrag meiner Kollegen. Das ist keine Katastrophe, das ist Krieg, so die Reaktionen des Krisenstabes. Bei einer solchen Situation sind sämtliche Notpläne und organisierten Krisenmaßnahmen hinfällig. Zwar gibt es in Deutschland klare Richtlinien für Ausnahmesituationen, doch auf solch ein Unglück kann man sich kaum vorbereiten. Das ist der absolute Ausnahmezustand, um nicht zu sagen, die absolute Katastrophe. Und man muss davon ausgehen, dass das nicht ungeschehen gemacht werden kann, wenn es passiert. Selbstverständlich muss dann der gesamte Brandschutz- und Katastrophenschutz und der Rettungsdienst alle erdenklichen Kräfte ins Rennen werfen, um zumindest noch zu versuchen, das Schlimmste zu vermeiden. Bei Katastrophen wie dem Zugunglück in Eschede vor gut drei Jahren wurde die regionale Bereitschaft sofort ausgeweitet. Obwohl 101 Menschen starben, konnten Verletzte versorgt werden. Alle verfügbaren umliegenden Krankenhäuser und Notdienste waren in die Versorgung mit einbezogen. Auch bei dem Concorde-Absturz in Paris vor einem Jahr, bei dem 113 Menschen ums Leben kamen, mussten Verletzte sofort behandelt werden. Allerdings gab es hier mehr Tote als Verletzte, weil die Concorde wenige Meter neben einem Hotel zu Boden ging. Dennoch, auch hier trat der Katastrophenplan sofort in Kraft. International und auch in Deutschland gibt es Krisenpläne für jede Art von Katastrophen. Dennoch ist die Hoffnung groß, dass Deutschland von Anschlägen wie denen in Amerika verschont bleibt. Also grundsätzlich sind die Rettungsdienste auf Katastrophen aller Art relativ gut vorbereitet in Deutschland aus personeller und materieller Hinsicht. Aber bei der jetzt noch unklaren Anzahl von Verletzten, wie es jetzt in Manhattan drunten war, denke ich, wird sicher auch Deutschland restlos überfordert sein. In Amerika ist die Lage kaum in den Griff zu kriegen. Die Rettungskräfte haben eine Sicht von unter einem Meter. Es besteht kaum eine Chance, die Menschen zu versorgen. Auf einen solchen Anschlag war niemand vorbereitet. Wir wollen alle Zuschauer, die sich jetzt erst zuschalten, noch einmal auf dem Laufenden halten, über das, was sich hier in den vergangenen sechs Stunden in den Vereinigten Staaten ereignet hat. Eine Explosion erschüttert Amerika. Eine Explosion wie ein Paukenschlag. Auftakt zu einer Terrorserie, wie sie die USA die Welt noch nie gesehen haben. Krieg auf New Yorks Straßen, brennende Machtzentren. Eine kleine fanatische Minderheit fordert die Supermacht USA heraus. Chaos in den USA. Heute, kurz nach halb neun Uhr in New York. Berufsverkehr, hunderttausende Menschen sind auf dem Weg zur Arbeit. Auf dem Weg zum World Trade Center. Doch während sich die Angestellten in die Aufzüge zwängen, steuert ein Flugzeug direkt auf das dritthöchste Gebäude der Welt zu. 8.45 Uhr Ortszeit, in Deutschland ist es 15 Uhr. Eine Explosion erschüttert den 415 Meter hohen Nordturm. Ein gigantischer Feuerball. Ein riesiges schwarzes Loch klafft in den Türmen der Macht, des Wirtschaftszentrums der USA. 8.45 Uhr Auftakt zur Terrorserie gegen die USA. Der Nordturm brennt für alle New Yorker weithin sichtbar, strahlend blauer Himmel mit einer schwarzen Rauchsäule. Rettungswagen, Löschzüge rasen zum Unglücksort und während am Boden die Retter ihre Arbeit aufnehmen, mit der Evakuierung des Südturms beginnen, rast eine zweite Maschine auf das World Trade Center zu. 9.03 Uhr. Eine Boeing 767 von American Airlines an Bord, 158 Menschen, knallt in den Südturm des World Trade Centers. Eine zweite Explosion, ein zweiter Feuerball. Jetzt ist jedem klar, dies ist kein Unfall, das ist ein Terrorakt. Auch der zweite Turm geht in Flammen auf. Beißender Qualm vernebelt die Stadt. Die Retter versuchen hektisch, Pendler und Touristen zu evakuieren, aus der Gefahrenzone zu bringen. Ausnahmezustand. Katastrophenpläne treten in Kraft, Straßen werden abgesperrt. Niemand darf nach Manhattan rein. Verzweifelt versuchen Polizei und Feuerwehr, die Evakuierung zu steuern. In diesem Augenblick erschüttern zwei Explosionen, 450 Kilometer entfernt, Washington. 10 Uhr, Washington. Der Ostflügel des Pentagon explodiert. Brennt. Ebenso ein Einkaufszentrum in Stadtmitte. Das Weiße Haus wird evakuiert. Niemand ist auf eine solche Situation vorbereitet. Präsident George W. Bush ruft seine Landsleute zur Besonnenheit auf. Sie sollen Ruhe bewahren. Er spricht von einer nationalen Tragödie. Noch ahnt er nicht, dass die Terrorserie nicht beendet ist, dass die religiösen Fanatiker die ganzen USA bedrohen. Um 10.16 Uhr stürzt der Südturm des World Trade Center ein, begräbt große Teile von Manhattan unter sich. Wie viele Menschen unter den Trümmern liegen, niemand kann das sagen. Jetzt macht sich Panik breit. Keine Telefonverbindung mehr. In 400 Meter Höhe sitzen Menschen an den Fenstern. Sie betteln um Hilfe, fürchten den Tod, wollen sich in Sicherheit bringen. Springen sie, werden sie sterben, warten sie auf Hilfe, sterben sie ebenfalls. Augenzeugen beginnen zu beten. Eine hoffnungslose Situation. Niemand kann sie retten. 10.43 Uhr Ortszeit. Der zweite Turm explodiert, stürzt ein. Die Wahrzeichen der Wirtschaftssupermacht USA liegen in wenigen Sekunden in Schutt und Asche. Existieren nicht mehr. Polizisten, Sanitäter, Feuerwehrleute und Verletzte werden unter den Trümmern begraben. Die USA, Supermacht Nummer 1, erschüttert, fassungslos. Wir sind zusammen mit den Feuerwehrleuten aus dem Südturm gerannt. Einfach nur gerannt. Wir waren da drin und sind lebend rausgekommen. Gott sei Dank. Eine riesige Explosion, sagt dieser Mann. Ich sah einen Mann, dessen Haut in Fetzen hing. Ich habe ihn aus dem Aufzug gerettet. Menschen sind aus Fenstern gesprungen. Es war unbeschreiblich. Wir hörten einen lauten Knall, sagt diese Frau. Sie sahen den Rauch. Alle rannten. Dann plötzlich das Flugzeug. Es kam direkt auf uns zu. Überall Panik. Alle wollten sich retten. Aber keiner wusste wohin. Viele sprangen aus dem Fenster. Alle Fluchtwege waren blockiert. Schreie, Rufe, Panik. Nichts zu sehen bei dem Rauch. Das Schrecklichste waren die Menschen, die einfach in den Tod sprangen. 10.43 Uhr. Flugzeugabsturz in Pittsburgh. United Airlines Boeing 747 verschwindet vom Radarschirm. An Bord ein paar hundert Passagiere auf dem Weg von Newark nach San Francisco. Die Maschine zerschellt in Pittsburgh. Keine Überlebenden. Seit der gleichen Zeitspanne wird eine zweite Maschine vermisst. Ebenfalls ein paar hundert Passagiere an Bord. In den USA rollt jetzt eine Hilfswelle. Alle Leute sind aufgerufen, Blut zu spenden. Gleichzeitig hat die Jagd nach den Schuldigen begonnen. Es gibt nur wenige Verdächtige. Da muss man natürlich schon einen erheblichen Hass und eine erhebliche kriminelle Energie mitbringen, um so etwas zu machen. Und deshalb schränkt das meiner Meinung nach auch den potenziellen Tiki-Ita-Kreis ein. Gleichgültig, ob das nun Palästinenser sind oder ob es sich um Mitglieder der Gruppe von Osama bin Laden handelt. Und das Motiv ist auf jeden Fall das gleiche. Amerika als der Hauptfeind für viele Muslime weltweit, eben wegen der amerikanischen Unterstützung für Israel. Und während in den USA Tausende den Terrorakten zum Opfer gefallen sind, spielen sich in Palästina unglaubliche Szenen ab. Menschen rennen auf die Straße, jubeln, skandieren die Namen von Märtyrern, feiern ein Freudenfest. Den Beginn hinterhältiger Terrorakte. Meine Kollegin Ilka Esmüller hat jetzt noch einige Informationen für Sie zusammengetragen. Bitte, Ilka. Etwas Beruhigendes. Bundesinnenminister Schili hat gesagt, dass es keine unmittelbare Gefahr für Deutschland gäbe, was Terroranschläge angeht. Allerdings hat natürlich auch in den USA niemand mit einem solchen Anschlag oder mit solchen Anschlägen gerechnet. Schili sagte wörtlich, es gibt keine Erkenntnisse, die die Sorge rechtfertigt, dass Deutschland im Kreis der Anschläge einbezogen wird. Alle Flughäfen haben die höchste Alarmstufe in Deutschland ausgerufen. Und dazu passend noch diese Informationen. Der britische Premier Tony Blair hat alle zivilen Flüge über London gestoppt. Und vielleicht auch noch einmal die Nummer für alle, die sich Sorgen machen, um mögliche Verwandte oder Freunde, die in den USA leben oder zurzeit dort zu Besuch sind. Die können eine bestimmte Nummer des Innenministeriums anrufen, nämlich die Hotline unter der Nummer 011 888 174600, die Sie hier auch eingeblendet sehen. Alle Zuschauer, die im Moment damit rechnen, dass das Abendprogramm bei RTL mit den angekündigten Filmen weitergeht und Serien, denen möchte ich jetzt nur ganz kurz sagen, dass wir aufgrund der aktuellen Ereignisse nach den Terroranschlägen in den USA unser Programm geändert haben. Und natürlich Sie auch weiterhin in den nächsten zwei Stunden über alle Entwicklungen informieren werden, die sich im Zusammenhang mit diesen Terroranschlägen zutragen. Diese unfassbaren Anschläge auf die USA, die die ganze Welt erschütterten, waren nur möglich, weil es ja offensichtlich Menschen gibt, die ihr Leben für ihre Überzeugung opfern. Selbstmord, Attentäter, was sind das für Menschen, die freiwillig für den Terror sterben? Elke Farnkopf und Arndt Krieger mit einem Erklärungsversuch. Er ist jung und bereit zu töten, auch sich selbst. Menschen wie Hussein Abu Nasser stellen ihren Glauben und ihre Idee über alles. Für religiöse Fanatiker wie ihn hat ein Menschenleben bestenfalls eine symbolische Bedeutung. Wenn sie sich den Sprengstoff umschnallen, um sich selbst zu sprengen und andere mit sich in den Tod zu reißen, sind sie und ihre Angehörigen mit Stolz erfüllt. Die Hamas und andere derartige Terrororganisationen unterhalten regelrechte Wohlfahrtssysteme zur Unterstützung der Märtyrerfamilien. Solche Demonstrationen sollen den inneren Zusammenhalt der Organisation und ihre Entschlossenheit zeigen, ganz bewusst auch nach außen hin. Schon bereits unter den Kindern werden im Religionsunterricht geeignete Anwärter anvisiert und gezielt auf ihre spätere Bestimmung als Selbstmordattentäter eingestellt. Bei der Hamas beispielsweise haben solche Jungen meist Angehörige bei Übergriffen der israelischen Armee verloren. Das ist Rohmaterial, aus dem man Selbstmordattentäter formt. Junge Männer wie Hussein Abu Nasser sind eine perfekte militärische Waffe, ein psychologisches Terrorinstrument. Immer wieder fordern ihre Anschläge Opfer aus der Zivilbevölkerung. Und trotzdem sind sie die Idole der Kinder und Jugendlichen, die ihre Bilder wie die von Popstars sammeln. Weitere aktuelle Entwicklungen hat jetzt meine Kollegin Elke Esmüller wieder zusammengetragen. Zum einen zur Börse. Die Börsen in Deutschland sind frühzeitig geschlossen worden heute. Und wegen der Ereignisse, wegen der Anschläge in den USA sind die Werte auch eingebrochen. Der DAX um etwa 10 Prozent. Und gerade hat uns noch die Meldung erreicht, dass es eine anonyme Bombendrohung gegen die Börse in Frankfurt gegeben hat. Zu dem angekündigten Zeitpunkt ist dann nichts passiert. Zum Glück vorher waren alle Menschen aus dem Gebäude evakuiert worden. Also niemand war in einem Gebäude mehr. Aber zum Glück gab es keine Explosion oder etwas anderes sei passiert. Von daher ist es da noch mal gut gegangen. Es war, wie gesagt, eine anonyme Bombendrohung. Und auch noch dies. Der NATO-Rat wird sich gegen 21 Uhr in Brüssel zusammensetzen, um die Konsequenzen aus den Anschlägen zu beraten. Und auch, um über die bessere internationale Zusammenarbeit und den Kampf gegen Terrorismus zu sprechen. Bundeskanzler Schröder, um Sie da auch noch mal kurz auf den neuesten Stand zu bringen, hat ja die Terroranschläge in den USA als, wie er sagt, Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt verurteilt. Er hat in einem Schreiben an Präsident George Bush in den USA gesagt, das deutsche Volk steht in dieser schweren Stunde an der Seite der Vereinigten Staaten von Amerika. Und entsprechend sind natürlich auch alle Sicherheitsvorkehrungen in Deutschland verschärft worden. Vor der amerikanischen Botschaft in Berlin beispielsweise versammelten sich Menschen zu spontanen Trauerbekundungen. Sie konnten aber auch nicht so nah ran, wie sie gerne wollten. Aber es gibt viele Menschen, wie zum Beispiel hier einen 52 Jahre alten Mann, der sagt, wenn das in Amerika passieren kann, dann kann es überall passieren. Es gibt also in Deutschland immer noch konkret eine Angst vor derartigen Anschlägen. 19.20 Uhr, Frankfurter Börse. Bombenalarm. Das Gebäude wird evakuiert. Die Nerven liegen blank. Noch gibt es keine Entwarnung. Düsseldorf, internationaler Flughafen, heute Nachmittag um 17.50 Uhr. Bombenalarm. Ein Terminal wird sofort geräumt. Die vermeintliche Bombe stellt sich als harmloser Koffer heraus. Die Angst ist groß. Höchste Sicherheitsstufe an Deutschlands Flughäfen. Also wir haben sofort, nachdem bekannt wurde, was da katastrophalisch passiert ist in den USA, unsere Sicherheitsvorkehrungen für unsere Flüge verschärft. Verschärfte Gepäckkontrolle, verschärfte Personenkontrolle, also alles das, was wir als Fluggesellschaft beeinflussen können, zur Sicherheit der Passagiere, das haben wir eingeleitet. Bundesweit werden besonders amerikanische, israelische und palästinensische Einrichtungen geschützt. Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen vor Botschaften, Konsulaten und religiösen Einrichtungen. Das Kanzleramt in Berlin wird vergittert. Unter Leitung vom Bundeskanzler Gerhard Schröder tritt der Bundessicherheitsrat zusammen. Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Wer diesen Terroristen hilft oder sie schützt, verstößt gegen alle fundamentalen Werte, die das Zusammenleben der Völker untereinander begründen. Der Terror hat eine neue Dimension erreicht. Auch in Deutschland wächst die Angst. Nicht unbegründet, meint der Nahost-Experte Professor Michael Wolfson. Es handelt sich um eine Professionalisierung des Terrors zum einen und zum anderen. Wir erkennen, wie verwundbar die modernen Gesellschaften sind. Die Hilflosigkeit der amerikanischen Sicherheitsbehörden und des Geheimdienstes, die sich heute Nachmittag gezeigt hat, bereitet uns in Deutschland große Angst. Ja, große Angst natürlich in Deutschland. Das ist ganz klar. Der amerikanische Präsident George Bush hat ja gesagt, dass er alles tun wird, um diese Terroristen zu jagen und dann auch zur Verantwortung zu ziehen. Wir müssen sehen, ob ihm das und wann ihm das gelingen wird. In den Palästinensergebieten im Süden Libanons, also in palästinensischen Flüchtlingscamps und auch in Beirut, haben Palästinenser heute mit Freudengesängen auf die Anschläge reagiert. Offizielle palästinensische Sprecher haben zwar diese Anschläge verurteilt. Palästinenser Präsident Arafat sprach auch von einem Terroranschlag, den er in keiner Weise unterstützt. Auch andere palästinensische Organisationen haben sich von diesen Anschlägen distanziert. Aber nichtsdestotrotz kam es im Süden Libanons zu Freudenkundgebungen. Sie feiern, sie jubeln, sie schwenken die palästinensische Fahne. Unfassbare Bilder aus Jerusalem. Palästinensische Fanatiker im ganzen Nahen Osten. Sie bejubeln den Feigenanschlag, den Tod von vielen tausend Menschen. Hakam Abdelhadi ist selbst Palästinenser und erschämt sich für seine Landsleute. Der Journalist in Bonn versucht zu erklären, was nicht zu erklären ist. Er sagt, seine Landsleute treibt blinde Hass gegen die Weltmacht USA, die seit jeher Israel unterstützt. Die Menschen sind sehr, sehr verbittert und sehr enttäuscht von den USA. Und ich kann mir also vorstellen, egal wer hinter dieser Aktion steht, dass die Menschen eben sagen, endlich mal passiert ist, also dass den Mächtigen auch etwas zustößt. Ich kann mir vorstellen, dass viele Leute so denken, obwohl das hat mit Rationalität nichts zu tun. Doch wer steckt wirklich hinter diesem Feigenanschlag? Der palästinensische Journalist sagt, es gibt auf der ganzen Welt nur einen, der zu solchen menschenverachtenden Attentaten fähig ist. Der islamische Fundamentalistenführer Osama Bin Laden. Für die USA der Staatsfeind Nummer 1. Osama Bin Laden ist bekanntlich ein steinreicher Mann, der hat sehr, sehr viel Vermögen. Seine ganze Familie hat Bauunternehmen im arabischen Raum, also sehr, sehr, sehr Milliardäre sind das. Und die haben die Mittel dafür, die Infrastruktur aufzubauen und vielleicht in Afghanistan, wo auch immer. Und von dort aus könnten sie Untergrundbewegungen haben in den USA, wo sie das von langer Hand geplant haben. Bin Laden hält sich vermutlich in Afghanistan versteckt. Doch die Kenner der islamistischen Terrorszene wissen, Osama Bin Laden zieht seine Fäden auf der ganzen Welt. Stiegen heute Morgen in seinem Auftrag gleich mehrere Terroristen in Flugzeuge und entführten die Passagiermaschinen. Sicher ist nur, sie trafen die USA, wie es nie jemand für möglich gehalten hatte. Und die Palästinenser feiern. Wenn in den USA die Menschen derartige Bilder sehen, kann ich mir vorstellen, dass es natürlich völliges Unverständnis gibt dafür. Wir wollten jetzt zu unserem Kollegen Christoph Lang schalten. Ich weiß nicht, ob wir die Möglichkeit schon haben. Jawohl, da ist er was. Denken Sie, wie die Amerikaner auf solche Bilder reagieren? Na ja, wie jeder andere vernünftige Mensch in dieser Welt, ohne jetzt das Leiden mancher Palästinenser runterreden zu wollen, da geht es auch vielen nicht gut. Ich meine, für so einen Anschlag, wie sollte man auch nur den geringsten Funken an Verständnis entwickeln können. Das ist ebenso krank wie vieles andere, was in den letzten 100 Jahren auf dieser Welt geschehen ist. Die Amerikaner werden es nicht verstehen und es wird natürlich der Schrei nach Rache laut werden. Das Selbstverständnis der Amerikaner ist immer noch, wir sind die Nummer 1 Macht in der Welt. Das sind sie ja auch und letztlich, wer sich mit uns anlegt, der wird den Kürzeren ziehen und das werden die Amerikaner der Welt zu beweisen versuchen. Das Problem ist halt nur, wenn man gar nicht so sicher ist, wer überhaupt hinter der ganzen Sache steht, dann ist es auch entsprechend schwer, den Schuldigen zu treffen. Hier aus Regierungskreisen verlautet, man sei sich ziemlich sicher, dass, und es gäbe auch Hinweise darauf, dass Osama Bin Laden eben der große Drahtzieher hinter dieser schrecklichen Terrorattacke ist. Aber das kann natürlich auch ein bisschen Public Relations sein. Man muss ja den Menschen jetzt irgendwas bieten. Es ist schlimm genug, dass das alles passiert ist für die US-Regierung, ohne dass es offensichtlich irgendeinen Hinweis vorher gab. Herzlichen Dank schon mal für diese kurze Einschätzung, Christoph Lang. Eine Meldung, die uns eben gerade auch aus New York erreicht hat, ist die Aussage eines Sprechers der Polizei von New York. Und hier hören wir das erste Mal, dass also die New Yorker Behörden offiziell von tausenden Toten ausgehen durch die Terroranschläge auf das World Trade Center. Das, was wir also schon den ganzen Tag über vermutet haben, dass also das World Trade Center natürlich voll besetzt war an diesen Vormittagsstunden, dass sich das auch bewahrheitet hat. Wie gesagt, die Behörden gehen offiziell von tausenden von Toten aus. Ob man jemals die genaue Zahl herausfinden wird, ist schwer zu sagen. Es spielt im Endeffekt auch keine Rolle, ob man in dieser Form dann genaue Zahlen hat. Wir können uns vorstellen, was sich dort in diesem Haus abgespielt hat, in diesen Gebäuden. Wir haben auch noch einmal zusammengetragen die politischen Reaktionen hier in Deutschland auf diese Attentate. Blumen vor der amerikanischen Botschaft in Berlin. Blumen von Deutschen für die Opfer der Terrorwelle in Amerika. Die Botschaft ist großräumig abgesperrt. Polizeipanzer fahren auf. Auch hier herrscht Angst. Keiner weiß, ob nicht noch mehr Einrichtungen auf dem Plan der Terroristen stehen. Auch in Deutschland in Sätzen und Trauer überall, wie hier im Bundestag, ist auf Halbmast geflaggt. Meine Damen und Herren, wir alle, alle Deutschen sind voller Entsetzen über die terroristischen Anschläge in den Vereinigten Staaten. Dies ist eine Kriegserklärung gegen die gesamte zivilisierte Welt. Wer diesen Terroristen hilft oder sie schützt, verstößt gegen alle fundamentalen Werte, die das Zusammenleben der Völker untereinander begründen. Bundeskanzler Schröder berieb sofort den Bundessicherheitsrat zu einer Krisensitzung ein. Es geht um internationale, aber auch um die deutsche Sicherheit. Wichtige Gebäude wie der Reichstag werden besonders geschützt. Im Bundestag selbst ist die Debatte um Deutschlands Finanzen unwichtig geworden. Jeder Fernsehbildschirm wird belagert. Die Bilder aus New York schockieren Besucher wie Politiker. Es ist keine Frage der militärischen Hilfe. Es ist die Frage, ob man beispielsweise in der Katastrophenhilfe, im Bergen von Menschen, in der medizinischen Versorgung von Menschen helfen kann. Es ist ein schreckliches Ereignis. Unsere Sympathie und unser Mitgefühl gilt unseren amerikanischen Freunden. Ich bin fassungslos absolut betroffen über diesen Anschlag auf die Freiheit. New York ist das Börsenzentrum, doch auch in der deutschen Brokerstadt Frankfurt gibt es Bestürzungen und Hilflosigkeit. Ich glaube, man sollte jetzt erstmal den Handel aussetzen, sollte mal in Ruhe darüber nachdenken, weil hier ist Panik ausgebrochen. Auch alle Flüge wie hier von Frankfurt nach Amerika werden storniert oder umgeleitet. Wir hatten eben gerade gehört, dass der amerikanische Außenminister Colin Powell eine Pressekonferenz gibt. Die ist aber offensichtlich jetzt gerade eben wieder beendet worden. Es fehlen im Moment die klaren Hinweise darauf, wie diese Anschläge genau abgelaufen sind. Es gibt zwar inzwischen auch schon Radarbilder von den Flugbehörden, auf denen genau nachgezeichnet werden kann, wie die Flugzeuge geflogen sind, die dann hinterher im World Trade Center eingeschlagen sind. Es gab schon eine Stellungnahme auch der amerikanischen Luftaufsichtsbehörde, die beschrieben hat, dass offensichtlich ein Radarkontakt zwar vorhanden war, aber dass der Funkkontakt offensichtlich schwierig war zu den Piloten und dass dann offensichtlich die Möglichkeiten, von außen auf dieses Flugzeug einzuwirken, extrem beschränkt sind. Man kann in so einer Situation natürlich überhaupt nichts tun. Der Pilot alleine hat in solch einer Situation natürlich die Hoheit über sein Flugzeug. In wenigen Minuten erwarten wir noch einmal Bundeskanzler Schröder. Jetzt noch einmal weitere Nachrichten zu diesem Thema. Ilka? Ja, Gerhard Hofmann hatte es ja vorhin auch schon erwähnt, die Angst der Menschen in Deutschland vor terroristischen Anschlägen. Dazu empfiehlt die hessische Regierung, die hessische Landesregierung, den Betreibern der Hochhäuser, zum Beispiel in Frankfurt, diese zu schließen. Zum Beispiel den Messeturm, das Commerzbankgebäude, die Deutsche Bank und auch das Gebäude der Europäischen Zentralbank. Das sollte dann für heute gelten. Und sie empfehlen auch, diese Hochhäuser morgen nicht zu öffnen, aufgrund der möglichen Gefahr von Anschlägen auch in Deutschland. Vorhin hatten wir ja schon gehört, dass der Präsident von Borussia Dortmund, Gerd Niebaum, die UEFA heftig dafür kritisiert hat, dass die Champions-League-Spiele heute Abend stattfinden. Anders sieht das aus in der Eishockey-Liga. Die DEL hat Spiele abgesagt, nämlich Nürnberg gegen Oberhausen und auch morgen das Spiel Mannheim gegen München. Und der schottische Fußballmeister Glasgow Rangers, der will sich wohl nicht dieser Anweisung der UEFA beugen und will nicht zu einem Spiel der Champions League fahren, das am Donnerstag in Dagestan stattfinden soll. Soweit erstmal die Nachrichten. Okay, ganz herzlichen Dank, Ilka. Wir haben nun, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, einige Informationen darüber bekommen, wie die Flugroute gewesen ist, eines der Flugzeuge, die in das World Trade Center reingeflogen ist. Deswegen ist bei mir jetzt auch unser Flugexperte Ralf Benke aus unserem Studio. Vielleicht können Sie das hier kurz beschreiben, was wir hier sehen auf dem Monitor. Wir sehen also ganz eindeutig ein Radarbild. Es scheint so, als ob jemand die Flugroute eines der Flugzeuge zeigt. Es scheint die Flugroute der Strecke auf New York zu sein. Wir sehen, ich kann jetzt nicht genau erkennen, wie sich die Höhe verändert, aber es scheint nun wirklich eines der Attentatsflugzeuge zu sein. Wir sehen ja offensichtlich, die nimmt Kurs von Boston erst in Richtung Westen und macht jetzt einen scharfen Knick. Es ist hier eingezeigt. Und bewegt sich dann in Richtung Süden auf Manhattan zu. Das ist offensichtlich der Radarstrahl, den die Maschine hinterlässt. Wir sehen da AA. Das ist vorne ja die Kennung des Flugzeuges. Das, denke ich, ist sehr interessant, weil man muss sich ja die Frage stellen, wie können diese Leute die Kontrolle übernommen haben. Da gibt es verschiedene Theorien. Sie könnten theoretisch die Besatzung relativ schnell ausgeschaltet haben und die Kontrolle selber übernommen haben. Das würde voraussetzen, dass ein Pilot unter denen gewesen wäre. Oder aber es ist natürlich auch denkbar, dass sie vorgetäuscht haben, eine Entführung nach New York beispielsweise. Was nämlich eindeutig, denke ich, auf den Bildern zu sehen war, ist, dass ein Flugzeug in den World Trade Tower eingeschlagen ist, war, dass das Flugzeug eine Schräglage hatte. Das sah also so aus, als ob wirklich jemand willentlich auf diesen Turm zusteuert und versucht, ihn zu treffen. Und jetzt kann man denken, na gut, diese Türme sind recht groß, aber dazu braucht man schon einiges fliegerisches Vermögen, um das hinzubekommen. Das ist ein sehr schnelles Flugzeug und im Grunde wird ja auch Höhe abgebaut. Man muss also schon auf einige Dinge achten. Gut, eine dritte Möglichkeit wäre, dass die Piloten unter Druck gesetzt wurden. Doch welcher Pilot fliegt mit eigenem Gewissen und Verständnis vor sich alles betrachtend in ein Haus hinein? Also ich denke mal, das kann man fast vergessen, diese Möglichkeit. Außerdem war die ganze Vorbereitung so professionell, wie man bisher schon gesehen hatte, dass ich denke, dass da die Möglichkeit eines Zufalls bei den Entführern ausgeschlossen werden sollte oder bei den Attentätern. Das heißt also, Sie gehen fast davon aus, dass offensichtlich diese Attentäter Piloten gewesen sind, die in der Lage gewesen sind, das Flugzeug selber in diese Situation hineinzubringen? Es gibt eigentlich nur eine andere Möglichkeit. Das wäre, dass Sie die Piloten vielleicht so unter Druck gesetzt haben könnten, dass Sie das freiwillig tun. Die Frage ist, wie kann man Piloten unter Druck setzen? Wir haben uns schon einige Zeit jetzt unterhalten, was da möglich wäre. Man könnte die Familien zum Beispiel ins Spiel bringen, man könnte die Piloten, so traurig das klingt, vielleicht damit konfrontieren, dass man gewisse Aktionen durchführt. Aber es ist natürlich reine Spekulation. Das sind ja auch Dinge, mit denen die Piloten konfrontiert werden in den Trainings für solche terroristischen Attacken, oder? Ja, nur so weit geht das in der Regel nicht. Sondern was dort immer gesagt wird und was dort geübt wird, ist, dass man zuerst mal überhaupt keinen Widerstand den Entführern gegenüberbringt. Dass man also versucht, auf sie einzugehen und dann langsam so ein wenig Vertrauen auch zu gewinnen während des weiteren Fluges. Man versucht also erstmal Zeit zu schinden und die Entführer dann zu überzeugen davon, was eben wichtig ist und was auch richtig ist für das weitere Fliegen. Weil Entführer wollen ja normalerweise nicht sterben. Die wollen ein gewisses Ziel erreichen. Doch wenn die Entführer eben so genau wissen, was sie vorhaben, wenn sie solche Pläne haben, was will man als Pilot machen, man hat kaum eine Chance. Man dreht denen den Rücken zu, die kommen von hinten. Das haben einige Fälle auch letztes Jahr gezeigt, dass quasi die Piloten von sich aus sich überhaupt nicht schützen können. Die sind absolut überwältigt, die können sich überhaupt nicht umdrehen, die sind angeschnallt. Das hat ja nur im Grunde Schlimmeres verhindert, dass Passagiere in den letzten Fällen eingegriffen haben. Doch wenn die so vorbereitet waren, kann man sich vorstellen, warum keine Chance endlich bestand. Vielen Dank, Ralf Benkel, für diese interessanten Informationen. Wir haben, wie gesagt, dieses Bild gesehen, dieses Radarbild der in Boston gestarteten Maschine, die eigentlich in Richtung Kalifornien fliegen sollte. Und die dann aber offensichtlich im Norden des Staates New York auf einmal einen scharfen Knick in Richtung Süden gemacht hat, also nach Süden abgebogen ist und dann in einer relativ geraden Linie in Richtung New York geflogen ist. Dann sich allerdings von Süden her wiederum an die World Trade Center hinein herangearbeitet hat und dann von Süden her in das World Trade Center eingeschlagen ist. Ralf Benkel dazu, herzlichen Dank nochmal. Auch hierzulande verbreitete sich die Nachricht ja von den Terroranschlägen rasend schnell. Auf den Straßen in Deutschland versammelten sich die Menschen. Sie konnten das Unfassbare nicht begreifen. Die Bestürzung ist riesengroß und über diese Anteilnahme in Deutschland berichtet jetzt mein Kollege Kai Reuker. Gedenken an die Toten. Vor dem amerikanischen Konsulat in Hamburg geben trauernde Menschen Blumen ab. Polizisten tragen sie weiter, denn das ganze Gelände ist seit heute weiträumig abgesperrt. Doch viele Menschen wollen einfach nur ihr Mitgefühl ausdrücken. Ich kann nur beten und für die Welt beten, dass es nicht ein schlimmes Ende wird. Angst vor weiteren Anschlägen. Auch vor dem amerikanischen Hauptquartier in Heidelberg wurden die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Vielen geht das Unglück nah. Diese Frau etwa hat eine Bekannte, die im Pentagon arbeitet. Noch ist unklar, ob sie den Anschlag überlebt hat. Viele Deutsche wurden von den schrecklichen Ereignissen beim Einkaufen oder im Büro überrascht. Öffentliche Fernseher wurden zum Ort der Trauer. In vielen Kirchen beginnen zur Stunde Gedenkgottesdienste. Die Fahnen sind auf Halbmast. Ganz Deutschland trauert um die Toten von Amerika. Wie ich jetzt erfahre, hören wir von CNN, dass der New Yorker Bürgermeister Rudolf Giuliani eine Pressekonferenz gibt. Wir wollen da kurz reinhören. In der ganzen Stadt funktioniert der öffentliche Verkehr normal weiter. Die Kinder können also von der Schule nach Hause zurückkehren. Wenn Kinder keine Eltern haben, die sie jetzt abholen können, dann kümmern wir uns darum. Wie groß ist der Radius des Schadens? Das wissen wir noch nicht. Der ganze Bereich des südlichen Manhattan ist in Mitleidenschaft gezogen. Wie sieht es mit dem Feierentwicklung aus? Also alle Hilfskräfte sind im Einsatz und kämpfen alle darum, das Schlimmste zu führen. Dank der Initiative des Gouverneurs und der Hilfe des Staates New York haben wir 15 bis 1600 Angehörige der Nationalgarde zur Verfügung, die ebenfalls helfen können. Gibt es irgendwelche Hoffnungen für diejenigen, die im World Trade Center waren? Nun, wir haben noch keine Zahlen darüber, was genau vorgefallen ist, wie die Opferzahlen aussahen. Wir werden Ihnen bald genaue Informationen geben können. Es gibt noch keine Berichte von Plünderungen, da gibt es noch keine Anzeichen für. Es gab sehr viele Menschen, die in Panik geraten sind, aber alle scheinen sich vernünftig zu verhalten. Wir kämpfen uns nächstes einmal darum, die Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Wir kommen mit schwerem Gerät zu Hilfe. Und die Nationalgarde ist bereits eingetroffen und wir erwarten, dass bis zu 2000 Hilfskräfte später am Abend dort tätig werden können. Ich glaube, für jetzt ist erstmal alles geschlossen im südlichen Militfeld. Vielleicht können wir in einer Stunde mit aktuellen Nachrichten aufwarten, was morgen passieren wird. Einige sehen sehr schwer verletzt aus, einige bluten, die sich aus dem betroffenen Bereich immer noch in Sicherheit bringen. Gibt es noch weitere Gefahren zu gewertigen? Wenn man einen solchen Schock erlebt hat und wenn man eine Verwunde erlebt hat, sollten wirklich alle, die jetzt mit dem Leben davon gekommen sind, sich sofort in ein Krankenhaus begeben. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um zu helfen. Und bitte versuchen Sie, alle überlebenden Opfer schnell in ein Krankenhaus zu bringen. Ich glaube nicht, dass wir vor 9 Uhr was Genaues wissen können über die Zahl der Opfer. Etwa 10.000, näherungsweise 10.000 ist eine Zahl, die mir gerade genannt wurde. Wir erwarten jetzt noch auf genaue Informationen des FBI, der Polizei und anderer Sicherheitskräfte. Vielleicht sollten wir einen Ausnahmezustand erklären, aber dafür gibt es noch keinen Anlass. Also alles wird getan, um die öffentliche Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und der Grund für das Eingreifen der Nationalgarde ist nicht etwa Angst vor Plünderungen oder sowas, sondern die Unterstützung der Hilfsmaßnahmen, der Rettungsmaßnahmen. Hoffentlich können wir bald reagieren. Leider ist die Tonqualität sehr schlecht. Wir entschuldigen uns bei den Zuschauern dafür. Wir tun das Beste zur Verdolmetschung. Wir haben auch das Leben von Feuerwehrleuten und Polizisten verloren, die im Einsatz gestorben sind. Und leider ist das so. Ich weiß aber noch nicht, wie viele. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal die Pressekonferenz schließen und sie später wieder mit aktuellen Nachrichten versorgen. Ich muss den Zeitpunkt in den Hospitalen, wo einer der Polizei für Sie sich bittet. Sprechen Sie alle ein Gebet. Und tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht, um die Kraft zu schaffen, die wir brauchen, um diese Katastrophe zu überwinden. New York kann ein Beispiel geben für den Rest des Landes und den Rest der Welt, dass Terroristen uns nicht stoppen können. Die amerikanische Demokratie ist viel stärker, als man uns immer erzählt und versucht, uns eines anderen zu belegen. Wir haben hier die ersten Bilder, die wir gerade live bekommen oder kurz vorher aufgenommen sind, offensichtlich aus der Region, in der das World Trade Center in sich zusammengestürzt ist. Sie sehen, die Hilfskräfte bewegen sich in einem riesigen Berg, einem Wust von Metall, von Drähten, von Beton, von Steinen, von Geröll, von Schutt aller Art. Man kann sich nicht vorstellen, dass in diesem Schutt irgendein Mensch auch nur überlebt haben könnte. Natürlich wissen wir auch, dass unter dem World Trade Center relativ tiefe U-Bahn-Stationen auch sind. Es geht mehrere Stockwerke nach unten unterhalb des World Trade Centers. Es kann durchaus sein, dass sich einige Menschen, nachdem das erste Unglück passiert ist, dass das Flugzeug eingeschlagen ist in das World Trade Center, dass dann Menschen sich auch teilweise dort in die U-Bahn geflüchtet haben und möglicherweise dort dann auch gewesen sind, als das World Trade Center zusammengebrochen ist. Aber in der Situation kann man sich natürlich auch gut vorstellen, dass dann der Druck, der von oben auf diese Gewölbe dort unten eindrückte, dass dieser Druck so stark war, dass also auch sämtliche unterirdischen Gewölbe eingebrochen sind und zusammengestürzt sind. Es gibt also, denke ich mal, bei diesen Bildern eigentlich keinen Zweifel daran, dass das, was vom World Trade Center und seinen Menschen heute vor sieben Stunden noch gestanden hat, dass davon noch irgendetwas übrig geblieben ist, dass Menschen also auch nur einen Moment lang überlebt haben in dieser schrecklichen Tragödie. Der Süden von Manhattan ist ja, wie Sie auch hier sehen auf diesen Bildern, immer noch erfüllt vom Staub, der sich auch so schnell nicht setzen wird. Sie haben ja auch gesehen, alle Helfer, hier ein Auto, das eingedrückt ist. Sie haben auch alle Helfer gesehen, die dort unterwegs gewesen sind, haben inzwischen auch Sauerstoffmasken dabei, weil sie genau wissen, dass es immer wieder auch Regionen gibt, in die sie wegen der starken Hitze und natürlich auch wegen des fehlenden Sauerstoffs überhaupt nicht hinein können. Diese Männer hier vom Fire Department von New York, also das ist auch das, was auf den Jacken hinten drauf steht, FDNY, also Fire Department of New York, dass diese Menschen jetzt sich hier in diesen Berg von Geröll versuchen hinein zu begeben. Man kann nicht davon sprechen, dass sie versuchen zu retten, was noch zu retten ist. Ich denke, man kann hier eindeutig sagen, am World Trade Center selber ist nichts mehr zu retten. Der einzige Versuch, den man nun starten kann in dieser Situation ist, dass man in den Häusern, die rund um das World Trade Center stehen, dass man dort noch versucht, Überlebende zu finden. Man kann ja verstehen, dass viele dieser Häuser auch stark beschädigt worden sind durch den Zusammenbruch. Und Sie sehen auch hier überall den Schutt, über alles das, was sich hier auf der Straße verteilt hat. Wenn ein solch ein Riesengebäude zusammenbricht, kann man sich natürlich auch denken, dass dort nicht nur Asche und Staub und Metall und Beton möglich bleibt, sondern alles das, was die Menschen dort in diesen Büros gehabt haben. Hier sehen wir auch einige Ambulanzen. Und links eingeblendet ist diese kleine Karte, dieser kleine Ausschnitt der südlichen Spitze von Manhattan. Manhattan zeigt ja wie so ein langer Finger ins Meer hinein. Und unten am südlichen Ende, in diesem roten Bezirk, den wir da sehen, das ist mit Sicherheit der Bezirk, der jetzt evakuiert worden ist, dort sind diese beiden kleinen gelben Punkte zu sehen. Das sind die Punkte, an denen die beiden Türme des World Trade Centers gestanden haben. Beide sind ja in sich zusammengebrochen, etwa gegen vier Uhr nachmittags heute deutscher Zeit. In Mitleidenschaft gezogen. Sie sehen es auch hier, sind viele Gebäude daneben. Wir kennen aus anderen Unglücken, aus Erdbeben, natürlich immer die Hoffnung, dass man noch Überlebende findet unter diesen Geröllmassen. Natürlich werden die Rettungskräfte alles versuchen, um dort Menschen noch aus den Geröllmassen, aus vielleicht nur teilweise eingestürzten Häusern zu befreien. Aber ich denke, dass man sich nicht allzu viel Hoffnung machen sollte. Wenn man diese Bilder hier sieht, hier nochmal ein Schild, das am Fuße des World Trade Centers angebracht ist. One World Trade Center stand da. Dass man angesichts dieser Bilder hier eigentlich keine Hoffnung mehr haben kann. Für die Rettungskräfte ist das mit Sicherheit der schrecklichste Einsatz in ihrem Leben, den sie je hinter sich bringen mussten. Die Situation, vor der sie stehen, ist ja die der völligen Verzweiflung. Es gibt keine Möglichkeiten, in diesem Trümmerberg noch Überlebende zu finden. Man ist mit Sicherheit auch mit schwerem Gerät unterwegs, um aus den anderen Häusern eventuell Überlebende zu bergen. Aber die Hoffnung, wie gesagt, ist relativ gering. Wasser, ja, Wasser ist natürlich in gewisser Weise dort vorhanden, aber es ist kein Wasser mehr nötig, um dort zu löschen. Es gibt eigentlich auch keine Brände, die jetzt in dieser Situation dort zu löschen sind. Offensichtlich hat der Zusammenbruch beider Gebäude dazu geführt, dass die Feuer dann auch nach einigen Stunden ausgegangen sind. Nachdem das Kerosin, das ja offensichtlich die meisten Brände ausgelöst hat, noch endgültig verbrannt ist. Wir wollen direkt noch einmal zu unserem Korrespondenten Christoph Lang in New York schalten. Ich denke, Sie haben auch schon weitere Informationen jetzt bekommen aus dem Süden von Manhattan. Wie geht man da weiter voran? Naja, man tut, was man tun kann. Man versucht dem Staubherr zu werden, der hier wirklich das Hauptproblem ist. Eine Riesenstaubschicht, immer wieder aufgewirbelt von den starken Winden. Manhattan ist ja eine Insel, rundherum ist das Meer und da ist der Wind. Und das macht es den Feuerwehrleuten, die da unten und auch den anderen Rettern, die da unten kaum mehr ihre Hand vor Augen, manchmal sehen eben so schwer. Es ist richtig, unter dem ehemaligen World Trade Center ist ein ausgedehnter unterirdischer Bereich. Da gibt es eine größere Ladenpassage, Restaurants und dann eben auch eine U-Bahn-Station. Da könnten sich Leute hingeflüchtet haben, aber auch ich glaube, ich bin da natürlich oft gewesen, ich glaube nicht, dass das dem Druck dieses Einsturzes standgehalten haben kann. Und ich mache mir da auch sehr wenige Hoffnung, dass unter diesem riesigen, gigantischen Berg aus Stahl und Stein und Glas irgendjemand überlebt haben kann. Vielleicht ganz wenig. Es gibt immer mal so Glücksfälle, sozusagen so als wäre ein Sechser im Lotto. Ja, was passiert jetzt? Es kommt natürlich Verstärkung rein. Bürgermeister Giuliani hat gerade eben in der Pressekonferenz das getan, was er im Bürgermeister tun muss. Er hat die in New York geberuhigt. Er hat gesagt, es droht keine weitere Gefahr. Praktisch alle Übergänge nach Manhattan, das ist ja eine Insel, also die Brücken, die Tunnel sind gesperrt. Da kann im Moment kaum jemand rein und raus. Die Nationalgarde ist auf dem Weg her. Die soll die Feuerwehrleute und die Polizisten und die Sanitäter unterstützen. Da gab es vermutlich auch viele Todesfälle, denn gerade als die beiden Türme einstürzen, da war nämlich, da war ja die Zivilbevölkerung weitgehend schon evakuiert, aber außer die im Gebäude natürlich. Aber rundherum standen eben sehr viele Feuerwehrleute, andere Helfer und die wurden Opfer, weil sie versuchten, andere zu retten, anderen zu helfen. Dann kommen, ich habe es schon mal gesagt, auch zwei große Flugzeugträger, die John F. Kennedy und die George Washington, jeweils mit mehreren tausend Mann an Bord. Und auch da sind natürlich zwei Gedanken dahinter, Sicherheit und natürlich auch Hilfe. Das wird noch Tage dauern, bis man sich einigermaßen durchgegraben hat durch diesen Schutthaufen. Es wird nun immer wieder davon gesprochen, dieser Angriff auf das Herzstück der amerikanischen Nation ist in gewisser Weise vergleichbar mit dem Angriff der Japaner 1941 auf Pearl Harbor. Ist das ein Vergleich, der standhält? Na gut, der Angriff 1941 war natürlich inmitten eines Krieges und die Amerikaner standen schon vor Pearl Harbor, immer so ein bisschen am Rande. Zumindest gab es Druck aus Europa von den Alliierten, dass sie mit einsteigen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Aber von der psychologischen Wirkung, von dem Gefühl, da wurden wir hinterrücks überfallen. Unsere Leute sterben durch einen hintergemeinen und hinterlistigen Angriff, so empfinden es mit Sicherheit die meisten Amerikaner. Das ist sicherlich genauso. Und entsprechend wird die Reaktion sein, die Amerikaner in ihrer großen Mehrheit werden Vergeltung fordern. Sie werden von ihrer Regierung erwarten, dass sie die Schuldigen ausmacht und sich angemessen an ihnen reicht. Was ist angemessen? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, Blut fordert neues Blut und das ist ein echtes Problem in diesen Tagen und Jahren. Vielen Dank, Christoph Lang, für diese Einschätzung live aus New York. Wir werden später nochmal zu Ihnen schalten, was wir eben gerade auch noch gesehen haben. Bilder, die wir Ihnen jetzt leider nicht zeigen können. Aber wir haben Menschen gesehen, die den Süden Manhattans verlassen über Brücken, beispielsweise dann nach Brooklyn rübergehen in einen anderen Stadtteil von New York. Es herrscht keine Panik unter diesen Menschen. Alle gehen relativ ruhig und gesittet aus dem Süden der Stadt heraus. Es ist mehr eine Art von Betäubung offensichtlich, in der sich viele Menschen befinden. Eine Betäubung, die man natürlich verstehen kann, wenn man diese Bilder, die wir eben gerade auch gezeigt haben, gesehen hat. Wir haben noch einmal Berichte von Augenzeugen für Sie zusammengefasst. Sie haben überlebt. Bilder aufgenommen wenige Minuten, nachdem die Türme des World Trade Centers in sich zusammengestürzt sind. Menschen blutüberströmt, Passanten, denen die Schrecken des Erlebten tief ins Gesicht geschrieben stehen. Die Straßenzüge rund um das zerstörte, 414 Meter Bürogebäude gleichen einem Schlachtfeld. Die Überlebenden schützen sich selbst noch Stunden nach dem Attentat mit Atemmasken gegen den beißenden Qualm, den Rauch und den Staub. Orientierungslos irren die New Yorker umher. Alle versuchen zu helfen, doch niemand weiß, wo er in dem Chaos beginnen soll. Der deutsche Kameramann Patrick Sauer stand unmittelbar vor dem World Trade Center, als die Boeing 767 ins Hochhaus stürzte. Ein paar Leute, die im World Trade Center selber drin waren, habe ich getroffen und haben mir erzählt, dass das Haus plötzlich geschüttelt hat. Sie wussten gar nicht, was los ist, sind alle raus und Teile fielen von oben herunter. Und kein Mensch weiß, was eigentlich wirklich passiert ist und wie es passiert ist. Während die vor dem World Trade Center stehenden Menschen noch versuchen zu begreifen, was gerade geschehen ist, beginnt für die Eingeschlossenen im Bürokomplex ein nackter Kampf ums Überleben. Viele sehen in einem Sprung aus dem Fenster ihre letzte Chance. Diese Menschen sind aus lauter Verzweiflung gesprungen, erzählt ein Augenzeuge. Mindestens 14 habe ich mit eigenen Augen springen sehen. Dann krachte es im zweiten Turm. Es war eine gewaltige Explosion und dann brach das absolute Chaos aus. Wie ein Kartenhaus brechen die Türme des World Trade Centers in sich zusammen. Sekunden später liegt über weiten Teilen Manhattans eine gigantische Staubwolke. Hunderte von Metern hat sie sich in den Himmel geschraubt. Von überall her eilen Rettungskräfte zum Unglücksort. Ganz Manhattan wird weiträumig abgesperrt. Polizei und Feuerwehr, wie gesagt, relativ hilflos. Die sind auf der Straße gestanden und haben eigentlich nur die Menschen weggebracht. So schnell wie es geht von diesen Gebäuden haben Mundschütze und Wasser verteilt gegen den ganzen Dreck. Die Verletzten wurden kaum versorgt, weil es anscheinend doch zu viele sind. Ich habe von Betroffenen, die im Haus waren, gehört, dass Leute aus dem Fenster gesprungen sind, aus höheren Stockwerken, aus lauter Panik heraus. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge gehen die US-Behörden von tausenden Toten aus. Die Terrorakte, die an mehreren Stellen in den USA fast zeitgleich begangen wurden, haben weltweit einen Schock ausgelöst. Ralf Benke, wir haben Sie hier, unseren Luftfahrtexperten Ralf Benke hier bei uns im Studio, wir haben eben auch schon über die Frage diskutiert, wie kann man solche Anschläge verhindern? Denken Sie, ist es überhaupt möglich, so etwas zu verhindern? Was ich jetzt in den ersten Stunden danach gehört habe, ist, dass die erste Reaktion vieler offizieller auch war, dass man erstmal gewisse Schubladen öffnet. Es gab also schon längere Pläne, was man noch tun könnte. Es ist nicht passiert. Es spielt natürlich auch immer Finanzen spielen immer mit und gut, bis etwas richtig ausgereift ist. Es gibt Kamerasysteme, die entwickelt wurden, die so klein und unauffällig sind, die man in der Kabine verstecken kann, die man als Unbeteiligter nicht sehen würde. Das würde also zum Beispiel Leuten am Boden die Möglichkeit geben, zu überwachen, was passiert an Bord, was ist da wirklich los. Es gibt auch andere Systeme, das zu überwachen, aber das ist kein richtiger Schutz. Okay, Ralf, ich will Sie nur ganz kurz unterbrechen. Präsident George Bush gibt gerade nochmal ein Statement ab. Leider hören wir den Präsidenten jetzt nicht. Das ist er auch nicht. Also es tut uns leid, liebe Zuschauer, dass wir den Präsidenten zwar sehen, aber nicht hören. Wir versuchen, den Ton zu finden. Wir sind verantwortlich für diesen feigen Akt, für diese feigen Anziehungen, die Jagen und zur Strecke bringen. Ich stehe in regelmäßigem Kontakt mit dem Bundesrepublik, dem Nationalen Sicherheitsteam und meinem Kabinett. Wir haben alle angemessenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um das amerikanische Volk zu schützen. Unsere Streitkräfte zu Hause und dort um die Welt befinden sich im Alarmzustand. Und wir haben die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, um die Arbeitsfähigkeit der Regierung aufrecht zu erhalten. Wir stehen in Kontakt mit den Führern des Kongresses und den politischen Führern weltweit, um sie zu vergewissern, dass wir alles Notwendige tun werden, um Amerika zu schützen und die Amerikaner zu schützen. Ich bitte das amerikanische Volk, mir zur Seite zu stehen und all denen zu danken, die hart darum kämpfen, unsere Mitbürger zu retten. Und ich möchte meine Mitbürger bitten, mit mir gemeinsam ein Gebet zu sprechen für die Opfer und ihre Familien. Die Entschlossenheit unserer großen Nation wird auf die Probe gestellt. Und niemand soll sich täuschen. Wir werden der Welt zeigen, dass wir diese Prüfung bestehen. Gott segne Sie. So, das war George Bush zwar nicht live, aber es war das, was er vor gut einer Stunde gesagt hat. Er ist ja offensichtlich in einem amerikanischen Luftwaffenstützpunkt in Louisiana und nicht in Washington. Wir fanden es aber doch ganz interessant, das Ganze sich nochmal anzuhören. Denn der amerikanische Präsident hat klar und deutlich gesagt, dass er natürlich versuchen wird, er mit seiner Regierung und auch mit den anderen Staaten, die Urheber dieses Attentats zu finden und auch zu bestrafen. Und er bittet natürlich auch um die Solidarität des amerikanischen Volkes. Auf George Bush kommt jetzt natürlich eine schwierige Zeit zu. Er muss das zeigen, was natürlich von einem amerikanischen Präsidenten in der Situation erwartet wird, nämlich Führerschaft. Hier jetzt der amerikanische Außenminister Colin Powell. Wir wollen ihm kurz zuhören. Das ist nicht der amerikanische Außenminister von der Stimme her zumindest gewesen, natürlich von den Bildern her. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, in diesen schwierigen Stunden kann es immer wieder mal passieren, dass hier Bild und Ton vielleicht auch nicht zusammenpassen. So, jetzt müsste ich ganz kurz wissen, was wir als nächstes machen. Denn wir haben ja den ganzen Nachmittag eigentlich schon darüber spekuliert, wer hinter diesem Anschlag stecken könnte. Die üblichen Verdächtigen haben sich relativ schnell geäußert. Die üblichen Verdächtigen, das heißt extremistische Palästinenser beispielsweise, extremistische Moslems überall auf der ganzen Welt. Und alle haben eigentlich jede Verbindung zu den Anschlägen zurückgewiesen. Yassir Arafat hat eindeutig gesagt, wir waren völlig geschockt. Es ist unglaublich, unglaublich, unglaublich. Es ist eine schreckliche Tat. Die radikal-islamische Palästinensergruppe Hamas hat jede Verbindung zu den Anschlägen zurückgewiesen. Ihr Oberhaupt, ihr geistliches Oberhauptscheich Yassin hat auch gesagt, die Hamas führe zwar einen Kampf, aber dieser Kampf richte sich gegen Israel und er werde auf israelischem Boden ausgetragen und nicht außerhalb davon. Auch eine demokratische Front für die Befreiung Palästinas und auch die Volksfront für die Befreiung Palästinas haben die Verantwortung für diese Anschläge zurückgewiesen. Im Endeffekt läuft es immer wieder darauf hinaus, dass alle hochrangigen Sicherheitsexperten sagen, Es ist wohl als Drahtzieher der saudi-arabische Multimillionär Osama Bin Laden zu vermuten, der sich unter dem Schutz der Taliban-Milizen wohl in Afghanistan aufhält. Über die möglichen Drahtzieher jetzt ein Beitrag, den wir für Sie zusammengetragen haben. Amerika im Ausnahmezustand. Tausende Menschen sind ums Leben gekommen. Keine Übung kann ein Land auf so eine Krise vorbereiten. Und doch muss koordiniert gehandelt werden. Der ehemalige Staatsminister Hans-Jürgen Wischniewski war international einer der profiliertesten Krisenmanager. Heute ist er schockiert. Mit dem heutigen Tag verändert sich die Welt. Dieses war der größte terroristische Angriff, den wir überhaupt erlebt haben. Dieses ist mit großer Präzision gemacht worden. Das sind keine kleinen Laien gewesen, die das gemacht haben, die schon mal ein Flugzeug entführen. Das ist mit größter Präzision gemacht worden. Auch auf das US-Verteidigungsministerium, das Pentagon, ist ein Flugzeug wie eine Bombe abgestürzt. Es wurde genauso evakuiert wie sämtliche bedeutenden öffentlichen Gebäude in den USA. Der Luftraum ist gesperrt und das Militär in Gefechtsbereitschaft. Dieser Terrorakt hat aus der Sicht von Terroristen so hervorragend funktioniert, dass er anregt, weiteres zu tun. Das ist unbestritten. Das muss man wissen. Ich sage aus der Sicht der Terroristen. Und ich gehöre zu denjenigen, die seit längerer Zeit der Auffassung sind, das vergangene Jahrhundert war das Jahrhundert der Kriege. Wir sind der Gefahr ausgesetzt, dass dieses Jahrhundert die Kriege ersetzt werden, zu einem erheblichen Teil durch Terrorismus. Neben dem Entsetzen über diese feigen Anschläge, der Trauer über die Opfer, ist die Welt nun auch in Angst. Wie werden die Militärs reagieren? Ist ein Krieg in denkbarer Nähe gerückt? Man darf, das hört sich grausam an, wenn ich das in einer solchen Situation sage, man darf jetzt nicht die Nerven verlieren. Wischniewski wird Ben Wisch genannt, wegen seiner guten Kontakte zur arabischen Welt. Jetzt prüfen die Behörden, ob die Selbstmordattentäter in den Flugzeugen zur Islamischen Front gehören. Die Amerikaner werden im Augenblick dabei sein, von den Flügen, die stattgefunden haben, die Passagierlisten durchzusehen, ob man aus der Analyse der Passagierlisten irgendetwas erkennbar wird. Im internationalen Terrorismus den Selbstmord mit einzubeziehen, ist eine neue Dimension, die natürlich die Situation wesentlich schwieriger macht. Der Mensch ist die Bombe. Und sie zu entschärfen, ist jetzt die Aufgabe. Hans-Jürgen Wischniewski war 1977 sehr stark daran beteiligt, als enger Mitarbeiter von Bundeskanzler Schmidt damals, dass die in der Lufthansa-Maschine Landshut in Mogadischu als Geisengenommenen Menschen befreit wurden. Sie wissen ja, damals hat eine Einsatztruppe der GSG 9 unter der Führung von Oberst Wegener die Menschen, die Passagiere, die dort über mehrere Tage hinweg ja in der Hand von palästinensischen Extremisten gewesen sind, befreit. Damals ging es in Anführungsstrichen glimpflich aus. Die Terroristen wurden bis auf eine getötet. Die Passagiere der Maschine damals unverletzt, weitgehend unverletzt befreit. Hans-Jürgen Wischniewski war damals als einer der engsten Vermittler auch tätig und war auch vor Ort in Mogadischu, als es dann zu dem Einsatz der GSG 9 gekommen ist. Etwas, was die Geschichte Deutschlands auch ganz eindeutig geprägt hat und auch einen gewissen Endpunkt gesetzt hat, was oder einen Höhepunkt gesetzt hat, was die terroristischen Anschläge in Deutschland in den 70er Jahren angeht. Die Terroranschläge heute in New York, bei dem ja wahrscheinlich mindestens 10.000 unschuldige Zivilisten ihr Leben verloren haben, sind, man kann es nicht anders sagen, Akte des Hasses. Wer hinter dieser Katastrophe steht, ist noch immer unklar. Wir haben ja schon viel darüber spekuliert. Bekannt hat sich bislang niemand. Aber Experten gehen davon aus, dass die Verantwortlichen, und das hat ja auch Hans-Jürgen Wischniewski eben gerade gesagt, in der arabischen Welt zu suchen sind. Denn dort machen verschiedene radikale Terrorgruppen überhaupt kein Hehl daraus, dass sie so wörtlich die USA aus der ganzen islamischen Welt verjagen wollen. Max Moosbauer berichtet. Die enthauptete und verkohlte Leiche des Palästinenser-Führers lag auf dem Schreibtisch. Zwei lasergesteuerte Raketen waren von einem israelischen Hubschrauber durch die Fenster in sein Büro abgefeuert worden. Stunden später, eine Welle der Empörung und des Zorns in den palästinensischen Gebieten. Hunderttausende demonstrierten. Und unverhohlen drohten Palästinenser-Führer mit tödlicher Rache. Auch an die Adresse der USA. Denn die Palästinenser sagen, US-Präsident Bush gab das Einverständnis für diese Exekution. Ohne sein Okay hätten die Israelis es nie gewagt, den hohen Palästinenser-Führer Abu Ali al-Mustafa hier Archivbilder mit den Raketenabschüssen regelrecht hinzurechten. Und die palästinensische Autonomiebehörde erklärte eindeutig, diese Aggression führt zum offenen Krieg. Für den Münchner Nahost-Experten Professor Michael Wolfson sitzen die Hintermänner der Anschläge im Nahen Osten und in Afghanistan. Wer kommt also in Frage? Ja, es ist so, palästinensischer Terror ist möglich. Und zwar nicht nur palästinensisch-islamistischer Terror, sondern auch weltlich palästinensischer Terror. Die Splittergruppen, angeblichen Splittergruppen, es sind kleine, aber hoch motivierte und trainierte Gruppen, die schon, wenn es denn zutrifft, dass es in dieser Gruppen sind, in den späten 60er und frühen 70er Jahren, den Terror sozusagen eröffnet haben. Tödlicher Hass auf die USA. Nicht nur Splittergruppen wie die DLFP brennen darauf, dem Todfeind mit Terrorschlägen zuzusetzen. Organisationen wie Hamas und Hisbollah haben den Vereinigten Staaten den Krieg erklärt. Unter den palästinensischen Kämpfern, die als Selbstmordattentäter ausgebildet werden, gibt es genügend Menschen, die in westlichen Ländern ausgebildet wurden und sich dort auch unauffällig bewegen können. Denn dies ist die Voraussetzung für den logistischen Hintergrund solcher Anschläge. Dutzende, wenn nicht gar hunderte Terroristen, die sich über Monate in den USA versteckt halten, sind für so eine Welle von Anschlägen nötig. Es gibt in der arabischen Terror-Szene nur einen Mann, der dafür die finanziellen Mittel hat und sie dafür auch gerne ausgibt. Osama Bin Laden, der saudi-arabische Multimillionär. Er sitzt in Afghanistan, beschützt von Taliban-Fundamentalisten und ist der meistgesuchte Terrorist der Welt. Nach zahlreichen Anschlägen auf US-Botschaften und andere amerikanische Einrichtungen, sind jetzt 5 Millionen Dollar Kopfgeld auf Osama Bin Laden ausgesetzt. Vor drei Wochen gab es eine bedrohliche Nachricht, die auch nicht ernst genommen worden ist. Sie lief über die Agentur, nämlich von Osama Bin Laden, der mit einem Schlag gegen die Vereinigten Staaten drohte, den es in diesem Ausmaß noch nie gegeben hätte. Das ist heute zugetroffen, das ist heute eingetroffen. Vorsichtshalber hatten die USA und Großbritannien in Afrika insgesamt zehn ihrer Botschaften geschlossen. Doch der Krieg kam heute ins Herz von Amerika. Das ist also der mögliche, der mutmaßliche Drahtzieher dieser Anschläge. Wir haben vor wenigen Minuten Bilder bekommen von unseren Kollegen aus Amerika über das, was sich den Rettungstrupps unten am Fuße des World Trade Centers bietet. Wir wollen Ihnen diese Bilder noch einmal kurz zusammengestellt zeigen. Die deutsche Börse in Frankfurt. Dort lief der Handel trotz der Meldungen aus den USA auf Hochtouren. Allerdings mit dramatischen Einbrüchen. In der Spitze bis zu 10 Prozent. Bis eine Bombendrohung das Geschäft je beendete. Das war leider der falsche Beitrag, zu dem kommen wir gleich. Nämlich zu den wirtschaftlichen Auswirkungen. Aber wie gesagt, wir haben vorhin Bilder bekommen aus New York über das, was sich den Rettungstrupps dort unten am Fuße des World Trade Centers bietet. Wir versuchen jetzt noch mal, das richtige Band einzustarten. Albtraumhafte Szenen spielen sich auf den Straßen rund um das World Trade Center ab. In den gigantischen Staubwolken und den riesigen Trümmern sind Rettungskräfte auf der Suche nach Überlebenden. Von den Häusern sind nur noch stählerne Gerippe übrig. Kaum vorstellbar, dass hier jemand überlebt hat. Rauchende Autowracks und zerstörte Löschzüge stehen am Straßenrand. Vom World Trade Center ist nur noch ein Torso übrig. Verletzte schleppen sich mit letzter Kraft aus der Katastrophenzone. Es brach einfach zusammen. Die Trümmer trafen den Platz, auf dem wir standen. Es wurde plötzlich dunkel. Nirgendwo war Licht und dann kam jemand mit einer Taschenlampe. Wir selbst konnten ja nichts mehr sehen in all dem Staub und den Trümmern. Die Menschen, die das überlebt haben, stehen unter einem schweren Schock. Überall versuchen Feuerwehrleute, sich wenigstens einen ersten Überblick darüber zu verschaffen, was hier geschehen ist. Alles ist mit weißem Staub überzogen, der das Atmen schwer macht. CNN zeigte inzwischen diese Bilder vom Zusammensturz des World Trade Centers. In Panik laufen die Menschen davon, wollen nur noch ihr eigenes Leben retten. Von überall her quillt eine riesige Staubwolke durch die Straßen und droht, die Menschen einzuschließen. Mit einfachen Linienbussen versuchen die Retter inzwischen jetzt, wo sich die Situation etwas gebessert hat, die leichter Verletzten aus der Todeszone inmitten von New York wegzubringen. New York City, das zeigen diese Bilder, wurde von der schlimmsten denkbaren Katastrophe getroffen. Die internationalen Finanzmärkte haben mit dramatischen Kursverlusten auf die Terroranschläge in den USA reagiert. Auch an den europäischen Börsen brachen die Indizes teilweise um mehr als 10 Prozent ein. Die New Yorker Börse liegt nur wenige hundert Meter neben dem World Trade Center in der Wall Street. Sie blieb heute logischerweise geschlossen. Andreas Kointje über die Folgen der Terroranschläge für die Weltwirtschaft. Die deutsche Börse in Frankfurt. Dort lief der Handel trotz der Meldungen aus den USA auf Hochtouren. Allerdings mit dramatischen Einbrüchen. In der Spitze bis zu 10 Prozent. Bis eine Bombendrohung das Geschäft je beendete. Das Gebäude wurde evakuiert. 19.20 Uhr sollte die Bombe detonieren. Der Termin verstrich. Bis jetzt wurde keine Bombe gefunden. Als heute Nachmittag gegen 16 Uhr europäischer Zeit die beiden Türme des World Trade Centers einstürzten, brach auch ein Symbol der Weltwirtschaft zusammen. Und mit ihm die Kurse an den Börsen. Weltweit. An der Wall Street wurde der Handelsbeginn zunächst verschoben, dann ganz abgesagt. Nicht so in Europa. Die Indizes der Börsen in London, Paris oder Rom verloren genau wie der DAX auf breiter Ebene. Zum Teil wurden die Tiefstände von vor zwei Jahren geknackt. Finanzexperten wie Hans-Joachim Kloth hoffen, dass das nur eine vorschnelle Panikreaktion ist. Sie können Vergleiche in etwa anstellen mit zum Beispiel dem Golfkrieg, auch bedingt mit der Kuba-Krise oder 1961 der Berlin-Krise. Das bedeutet, wenn Sie den Golfkrieg nehmen, hatten wir hier einen Einbruch im DAX, den wir innerhalb von eineinhalb Jahren aufgeholt haben. Während der DAX sehr kurzfristig nur den Einbruch hatte, um in eineinhalb Jahren dann bei weitem über dem Niveau vor Golfkrieg wieder zu notieren. Die Preise für Öl und Gold hingegen zogen dramatisch an. Ein Barrel Rohöl beispielsweise verteuerte sich um fast 15 Prozent auf 31 Dollar. Viele Analysten meinen, dass schon morgen europaweit die Spritpreise steigen werden. Bei Edelmetallen verzeichneten die Händler Panikkäufe. An den Märkten herrschte das Chaos, sagen die Analysten. Denn angesichts der Nachrichten konnte von einem berechenbaren Handel keine Rede mehr sein. So blieb allen nichts als reine Spekulation. Für mich ist es einmal erstaunlich, dass nur New York geschlossen hatte und nicht hier die europäischen Märkte. Amsterdam ist zwar nachgezogen, europäischen Märkte waren zwischen minus 8 Prozent aktuell und zum Beispiel nur minus 4 Prozent. Was wiederum darauf hindeutet, dass hier in Kontinentaleuropa, wo man entweder depressiv oder euphorisch ist, viel stärker eine solche Nachricht auf die Märkte emotional durchlegt. Und gerade Emotionen dürfen bei der unternehmerischen Beteiligung in Form der Aktie nicht vorrangig sein. Sind sie aber doch. Denn angesichts dieser Bilder, angesichts der befürchteten Tausenden von Toten, denken heute nur die wenigsten an Geld. Die Entwicklung der Finanzmärkte in den kommenden Wochen wird davon abhängen, wie die Vereinigten Staaten auf den Anschlag reagieren. Es kommt einmal darauf an, wie die Regierung in den USA, speziell hier der Präsident Bush, der auch nur von sich, soweit ich hörte, verlauten ließ, dass er diesen Attentätern bis in den letzten Winkel der Welt folgen will. Bundesinnenminister Scheeley sieht trotz der Terrorakte in den USA unter Bombendrohung gegen die Frankfurter Börse keine unmittelbare Gefahr für Deutschland. Experten hoffen, dass die US-Regierung besonnen bleibt. Sonst, so befürchten sie, drohe eine internationale Krise, nicht nur an den Finanzmärkten. Wir haben hier einen kleinen fliegenden Wechsel vollzogen bei uns im Studio und haben unseren Luftfahrtexperten Ralf Benke jetzt ersetzt durch unseren Wirtschaftsexperten Roland Tichy, ein Chefredakteur der Telebörse und gleichzeitig auch unser Wirtschaftsfachmann für solche Fragen. Herr Tichy, Sie können uns noch ein bisschen mehr darüber sagen, wer auch an deutschen Firmen im World Trade Center Büros hatte und wen handelt es sich da? Was uns alles erschüttert hat, da sitzen unsere Kollegen, mit denen wir täglich telefoniert haben. Allein die Deutsche Allianz hat da 400 amerikanische, meist amerikanische Mitarbeiter, aber auch zum Beispiel die Deutsche Bank hat da einen Handelssaal. Morgen Stanley, Bank of America, Credit Suisse, also die großen Gesellschaften haben da ihre, und das sind ja unsere Partner und drumherum sind natürlich auch die Büros, die kleineren Büros. Wir haben also stundenlang telefoniert und versucht einfach Kontakt noch mit den Menschen herzukriegen. Davor verfällt natürlich dieses Getue um die Kurse relativ weit zurück. Hier hat es die Finanzszene, die internationale Finanzszene ins Herz getroffen. Hier hat es die Banker getroffen, die Händler, die Versicherer und das wird einfach Entsetzen in dieser Gesellschaft auslösen. Der Anschlag hat sich gegen die freie Wirtschaft, gegen das Marktsystem generell damit demaskiert. Wird sich die Finanzwelt von diesem Schlag erholen können? Wie lange wird das dauern? Es gilt die Regel, dass politische Börsen kurze Beine haben, das heißt, dass dieser Schock zurückgeht. Wenn man jetzt ganz kalt ist und an den Börsen geht es eben dann auch, Ruhe zu bewahren, so ist der Verlust des DAX keineswegs dramatisch. Wir haben 1987 an einem Tag 20 Prozent gesehen. Diese 8 Prozent sind eigentlich Peanuts. Wir haben auch in anderen Tagen in den letzten Wochen 10 Prozent oder mehr gesehen. Das kann sich wieder erholen. Wir erwarten natürlich, dass morgen, wenn Wall Street aufmacht, und der Film war insofern ein bisschen irreführend, in Amerika ist heute nicht gehandelt worden, dass es dann natürlich zu Abschlägen kommt bei den Werten, die die größten Schäden haben. Das ist zum Beispiel die Münchner Rück, hier auch wiederum die Allianz, die für diese gigantischen Menschenverluste irgendwann auch Ersatz an die Hinterbliebenen werden, und soweit es überhaupt materiell möglich ist, leisten müssen. Deswegen hat es also die Banken und Versicherer heute besonders stark getroffen. Und es ist auch klar, es sind die Luftfahrtgesellschaften, die Lufthansa, es ist die Ferienindustrie. Da sieht man, was die Börsen vorwegnehmen. Wir werden in eine Zeit hineinkommen, in der wir die letzten Wochen und Monate als die Urlaubszeit der Welt wahrscheinlich erleben, in der wir hinfliegen konnten, in der wir Urlaub machen konnten, wo wir wollten. Diese Werte werden wahrscheinlich jetzt dann, wenn die weltweiten Sperrgitter wieder hochgehen, als Vorsichtsüberlegungen, werden nie mehr hochkommen. Und es ist natürlich die Gefahr einer weltweiten Inflation, wenn der Erdölpreis dramatisch gestiegen ist. Und es gibt in diesem ganzen Desaster, da spiegelt sich an der Börse dann wie in einer Nussschale das Drama ab, was man erwartet. Es gibt in diesem ganzen Desaster einen makabren Gewinner, das ist die Rheinmetall, also der deutsche Panzerbauer. Das hat einen ganz klaren Hintergrund. Wir haben vor wenigen Wochen noch mit William Snyder gesprochen, das ist der Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten, und er hat uns etwas gesagt, was heute wie ein Schicksalsbote fast wirkt. Er hat gesagt, dass die Amerikaner mit subversiven Angriffen und Terrorattacken rechnen, dass sich die Terroristen nicht mehr primitiver Waffen bedienen, sondern dass sie sich einkaufen auf den internationalen Märkten für Hightech-Industrie und mit diesen Waffen, mit diesen elektronischen Waffen, die Nutznießer einer globalen technischen Revolution sein werden. Und die Antwort der Amerikaner sah eben auch eine Elektronifizierung der Rüstungsindustrie. Das heißt, die amerikanischen Verteidigungsexperten haben gewusst, dass es hier zu einer Vorbereitung eines Angriffs auf die Wirtschaft und auf die Welt kommt. Sie hatten vorhin erwähnt, dass Sie versucht haben, Ihre Kollegen in New York zu erreichen. Was ist da auf der anderen Seite der Leitung passiert? Einfach Besetzzeichen oder was haben Sie da gehört? Wir haben unsere nächsten Redakteure und Kollegen Gott sei Dank alle erwischt, aber wir haben erwachsene Männer weinen gehört, wir haben die Schreie gehört. Es war für uns alle erschütternd, denn es ist ja eine weltweit vergleichsweise kleine Gemeinschaft von Leuten, die sich zwar persönlich oft nie trifft, aber tagtäglich über Zahlen und zwischen den Zahlen, über das Wetter und die Kinder spricht. Und dass dieses plötzlich alles vorbei sein soll, ist natürlich ein Schock, der hier die Menschen tiefer erschüttert als jeder Verlust an Dollar oder Yen. Ganz herzlichen Dank für diese auch sehr persönlichen Einschätzung. Ronald Tichy, unser Wirtschaftsexperte und Chefredakteur der Telebörse. Diese persönlichen Einschätzungen haben wir ja auch heute Nachmittag erfahren, als der Bertelsmann-Manager Rolf Schmidt-Holz uns live quasi aus New York berichten konnte und wir auch die Bilder dazu gesehen haben, wie das World Trade Center einstürzte und wie auch die Menschen in dieser Situation dann von dieser unfassbaren Katastrophe getroffen worden sind. So, wir haben jetzt für Sie neue Bilder bekommen, die wir Ihnen jetzt zeigen, von den Einschlägen der Flugzeuge. Ein Amateurvideo, das hier erstellt worden ist, von den Einschlägen der Flugzeuge in einem der Türme des World Trade Centers. Wir sehen hier Menschen, die versuchen auch zu fliehen, die natürlich noch gar nicht ahnen, was noch weiter auf sie zukommt. Jeder hatte ja schon in diesem Moment als das erste Flugzeugeinschlug gedacht, das ist so ziemlich die größte Katastrophe, die es überhaupt geben kann im Zusammenhang mit diesen Hochhäusern. Als dann ein zweites Flugzeug einschlug, nur 20 Minuten später, war jedem klar, wir haben es hier nicht mit einer irgendwie technischen Katastrophe zu tun, dass ein Flugzeug versagt hat, dass ein Pilot versagt hat, sondern dass es hier sich offensichtlich um eine Form von Anschlag handeln muss. Und diese Bilder sind dann kurz nach diesen Einschlägen der Flugzeuge entstanden und wie wir ja wissen, sind dann etwa eine knappe Stunde danach beide Türme des World Trade Centers eingestürzt und haben wahrscheinlich etwa 10.000 Menschenleben gefordert, mindestens. Noch einmal kurz jetzt der Blick rüber nach New York zu unserem Korrespondenten Christoph Lang. Christoph, was können Sie uns noch Neues berichten? Im Prinzip nicht viel Neues geschehen in den letzten Minuten und in den letzten halben Stunden. Hinter uns, wir sehen es immer noch, diese riesige Rauchwolke. Ich schließe daraus, dass es immer noch brennt, das kann nicht nur Staub sein, das sind die Gebäude außenrum. Wie kann man da im Moment auch löschen? Die Bedingungen im Süden Manhattans müssen immer noch ziemlich unbeschreiblich sein für die Feuerwehrleute, für die Rettungssanitäter. Es gibt einzelne Meldungen aus Krankenhäusern, ein paar Dutzend Tote hier, ein paar Dutzend Tote da, aber die große Masse davon kann man ausgehen, liegt unter diesem riesigen Berg aus Stahl und aus Beton. 15 Stockwerke hoch ist der Haufen, wir haben es ja auch gesehen auf einigen Bildern. Und bis man da durch sein wird, wird viel, viel Zeit vergehen. Bei Ihnen inzwischen neue Spekulationen oder neue Hinweise auf die Drahtzieher, auf die Urheber dieses Anschlages? Nun gut, US-Offizielle, sofern sie sprechen, geben sich martialisch. Man werde dies zurückzahlen, aber der einzige Hinweis ist eben das, was immer wieder angedeutet und auch schon vermutet wurde. Osama Bin Laden, dieser Drahtzieher aus Afghanistan, der Fundamentalist. Aber wie man darauf kommt und ob es da konkrete Hinweise gibt, nichts Konkretes bislang aus Washington. Ja, ich frage auch deshalb, wir haben es eben gerade hier auch nochmal gehört, dass die USA, also laut eines US-Regierungsvertreters am Dienstag in Washington, vermuten, dass die Terrororganisation des Muslim-Extremisten Osama Bin Laden hinter den Anschlägen in New York und Washington steckt. Ganz herzlichen Dank erstmal nach New York zu meinem Kollegen Christoph Lang. Wir sind jetzt verbunden mit dem langjährigen amerikanischen Außenminister Henry Kissinger. Er ist zurzeit bei uns hier in einem RTL-Studio. Herr Kissinger, nachdem Sie diese Bilder heute gesehen haben, was ist Ihr erstes Fazit? Ich kann natürlich nicht wissen, welche Gruppe das gemacht hat. Aber es muss eine gut organisierte Gruppe sein, die sehr viel Geld hat und die irgendwo ein Hauptquartier hat. Denn man kann das nicht organisieren, wenn man ständig unterwegs ist. Ich würde das als Indizien ansehen, aufgrund der man dann die Gruppe erkennen muss, die das gemacht hat. Hätten Sie persönlich damit gerechnet, dass Terroristen zu solch einem Schlag, zu solch einer Attacke fähig sind? Nein. Und ich kenne niemanden, der darauf intellektuell oder organisatorisch vorbereitet wäre. Was denken Sie, wie wird jetzt der amerikanische Präsident George Bush reagieren? George Bush wird sehr hart reagieren in dem Prinzip. Aber das Hauptproblem ist jetzt nicht nur einen Gegenschlag zu machen, sondern zu sehen, wie man dem System beikommt, der das möglich macht und der einen solchen gut organisierten Angriff ausführen kann und die Regierung wenigstens für einen Tag zum Stehen bringen kann. Was denken Sie, welche Auswirkungen auf die Weltpolitik hat solch einen Anschlag von bisher ungeahntem Ausmaß? Weil ich würde annehmen, dass unsere Regierung jetzt versuchen wird, erstens Unterstützung von unseren Freunden zu bekommen, aber auch natürlich darauf bestehen muss, dass Amerika seine Sicherheit, wenn es nötig ist, selbst verteidigen wird. Und ich würde annehmen, dass wir jetzt systematische Versuche unternehmen werden, die Länder, die wir kennen, in denen Terroristengruppen sich organisieren, dazu zu bewegen, diese Terroristengruppen auszuweisen oder unfähig zu machen und dass wir uns sicher überlegen, wenn das nicht geschieht, welche Schritte wir unternehmen könnten. Es gibt viele, die heute sagen... Das kann ich nicht beurteilen. Es gibt viele, die heute sagen, dass der Angriff auf das World Trade Center und auf das Pentagon vergleichbar ist mit dem Angriff der Japaner 1941 auf Pearl Harbor, der ja dann den Zweiten Weltkrieg auch bedeutet hat für die Amerikaner, also die Einbeziehung der Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg. Denken Sie, dass dieser Vergleich zu hoch gegriffen ist? Ich nehme an, dass wahrscheinlich mehr Menschen in diesem Angriff getötet worden sind als in Pearl Harbor, wo 2000 umkamen. Zweitens sind dieses Mal nicht Militär, sondern beinahe alle Zivilisten. Und ich glaube, dass das amerikanische Volk sehr scharf darauf reagieren wird. Ich glaube, das ist der erste Angriff auf das Territorium der Vereinigten Staaten. Pearl Harbor war in Hawaii, das damals noch eine Überseebesitzung war. Aber das war, das hat schon genügt, um das Land zu mobilisieren. Wird Amerika sich verändern nach diesem Anschlag? Wie schätzen Sie das ein? Wird Amerika noch dasselbe sein, nachdem man jetzt auch über die Folgen dieses Anschlages nachdenkt? Ich glaube, es wird erst mal zu einer großen Einigkeit des Volkes führen. Und dass viele der Debatten, die gerade angefangen haben, über die Innenpolitik und sogar über die Außenpolitik, jetzt für einige Monate nicht mehr weitergeführt werden. Und dass jeder versuchen wird, eine einheitliche Richtung und dass wahrscheinlich der Druck auf die Regierung ist, so energisch wie möglich darauf zu reagieren. Das amerikanische Volk ist nicht zu demoralisieren mit diesen Methoden, meiner Ansicht nach. Und ich glaube nicht, dass wir aufgrund dieses Angriffes unsere Außenpolitik ändern werden. Ich würde eher annehmen, dass man jetzt der Ansicht sein wird, man kann nicht Konzessionen machen unter diesem Druck. Wenn mal diese Gruppe besiegt ist, dann natürlich. Und wir müssen natürlich eine richtige Politik führen, die einen großen Teil der Menschheit auf unsere Seite bringt. Aber in diesem Fall müssen wir auch wahrscheinlich das Gefühl haben, zu beweisen, dass man das Territorium der Vereinigten Staaten nicht unbestraft angreifen kann. Und es ist auch im überwältigenden Interesse unserer Verbündeten, dass wir diese Einstellung haben. Aber Sie müssen mir denken, ich spreche über, wie ich die Leute einschätze, die die Entscheidungen treffen werden. Ja. Glauben Sie, dass Amerika gestärkt aus diesem Anschlag hervorgehen wird? Paradoxerweise ja. Wir haben jetzt einige Jahre gehabt, in denen wir uns auf Innenpolitik konzentrieren konnten. Und wo man das Gefühl hatte, dass das, was in der Welt vorgeht, interessant ist und auch wichtig, aber nicht mehr entscheidend in das Leben Amerikas eingreift. Jetzt werden wir sehen, dass es da Abgründe des Hasses gibt, die man mit amerikanischen sozialen Werten kaum verstehen kann. Und natürlich müssen wir einen Kampf gegen diese Gruppen führen. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass es nicht zu einem Kulturkampf kommt zwischen Religionen. Herzlichen Dank, Henry Kissinger. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns ins Studio zu kommen. In der Zwischenzeit haben uns neue Bilder erreicht aus New York, und zwar über die Versorgung von Verletzten in den Krankenhäusern der Stadt. Wir wollen Ihnen das kurz zeigen. Überall Leichen, überall Verletzte. Hunderte, tausende Menschen haben schwerste Verbrennungen erlitten, am ganzen Körper, sie bluten, schreien um Hilfe. Die Helfer haben Mühe, alle zu versorgen. Rettungswagen und Krankenhäuser sind hoffnungslos überfordert. Ärzte sprechen von Szenarien wie aus einem Horrorfilm. Minütlich treffen neue Verletzte in den Kliniken ein. Auch die Feuerwehrmänner sind langsam mit ihren Kräften am Ende. Viele brechen zusammen, brauchen selbst ärztliche Hilfe. Es herrscht Chaos in Manhattan. Niemand weiß, wohin mit den vielen Verletzten. Und es werden ständig mehr. Dieser Helfer bricht völlig erschöpft zusammen. Andere brauchen dringend Wasser und Verpflegung. Erschöpft und beinahe verzweifelt kommen die Helfer aus den Trümmern. Es ist eine riesengroße Falle, berichtet dieser Feuerwehrmann. Wir haben einen Verschütteten gefunden. Plötzlich kracht er alles um uns herum zusammen. Aber er lebte noch und deshalb sind ein paar andere Jungs wieder reingegangen und suchen ihn. Hoffentlich finden wir noch weitere Verletzte und können sie retten. Die Feuerwehrmänner suchen weiter, denn unter den Trümmern, da sind sie sicher, liegen noch unzählige Menschen. Die Krankenhäuser sind schon jetzt völlig überlastet. Aber es werden im Laufe der Nacht sicher noch tausende Verletzte hinzukommen. Wir schalten noch einmal kurz zu unserem Korrespondenten Christoph Lang in New York. Christoph, Sie haben einen Augenzeugen bei sich, der relativ nah an dem Unglücksort gewesen ist heute. Ja, bei mir steht jetzt nochmal ein Deutscher, der diese schrecklichen Stunden aus nächster Nähe miterlebt hat. Volker Kitz, ein Student an der New York University. Volker, wo genau sind Sie gewesen? Was haben Sie gesehen? Ich war gerade aufgewacht zu Hause und habe mich fertig gemacht, um zu den Vorlesungen zu gehen. Und dann habe ich erfahren, was passiert ist. Bin sofort rausgegangen auf die Straße. Wir wohnen nicht weit davon in relativer Nähe, wo man alles sehen kann. Die Straße war schon voller Menschen. Einige hatten ein Radio aufgebaut, wo man ständig die Nachrichten hören konnte. Das hat den ganzen Platz beschallt. Und der eine Turm war schon runtergekracht. Und man hat den anderen noch gesehen, wie der Rauch und die Flammen rausgeschlagen sind. Und plötzlich fällt auch dieser zweite Turm in sich zusammen. Ich höre gerade, wir müssen kurz unterbrechen, weil wir zum NATO-Generalsekretär gehen. Wir hören später mehr von hier. Ja, ganz herzlichen Dank, Christoph Lange. Wir schalten nach Brüssel zu NATO-Generalsekretär George Robertson, der eine Stellungnahme gibt. Und wir sind vereint in der Verurteilung dieser Tat. Und wir werden sicherstellen, dass so etwas nicht wieder geschehen kann. Vielen Dank. Da ist George Robertson gerade mit seinem kurzen Statement schon am Ende. Aber wir können davon ausgehen, dass er auch nochmal das wiederholt hat, was kurz vorher schon bekannt geworden ist. Das ist nämlich in der NATO-Zentrale in Brüssel und im Hauptquartier der Allianz im südbelgischen Mons. Dass nach dieser verheerenden Anschlagsserie der höchste Alarmzustand ausgerufen worden ist. Um 21 Uhr hat George Robertson eine Dringlichkeitssitzung des ständigen NATO-Rats einberufen. Die Pressekonferenz, die wir eben gerade gesehen haben, war wohl Ausdruck dessen, was dort besprochen worden ist. Aber wir können davon ausgehen, dass es klar ist, dass der NATO-Rat natürlich versucht, auch die Drahtzieher dieses Anschlages zu finden. Dass man NATO-Truppen insgesamt in eine erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Und man natürlich versuchen wird, alle Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die nötig sind, damit solche Anschläge bei NATO-Institutionen nicht auch möglich sind. Da wir nun mit Herrn Robertson schon am Ende sind, noch einmal kurz zurück zu Christoph Lang nach New York. Entschuldigung, dass ich Sie da eben gerade so abrupt unterbrochen habe. Aber vielleicht können Sie noch mal weiter mit dem Augenzeugen kurz dieses Interview führen. Ja, noch mal bei uns Volker Kitz, ein Deutscher, der diese entscheidenden Stunden miterlebt hat. Wir waren gerade dabei, Volker. Was Sie in den Straßen gesehen haben, erzählen Sie doch noch mal. Ich stand, die ganze Straße war voll und wir haben gesehen, dass der eine Turm noch stand und dass Flammen sind rausgeschlagen. Und ich wollte schon wieder zurückgehen ins Haus und da geht plötzlich ein Schrei durch die Menge und dann fällt auch der zweite Turm in sich zusammen und verschwindet in der Rauchwolke, als er runterfällt. Und die Menschen haben einfach nur geschrien, waren leichend blass, die Augen weit aufgerissen, waren wie gelähmt und sind sich in die Arme gefallen, haben sich aneinander festgehalten, sind auf die Straße gefallen, obwohl wir eigentlich in sicherer Entfernung waren. Es war einfach so mitreißen, was da passiert ist. Wir haben alle nicht mehr gewusst, was wir machen sollten. Es ist uns eiskalt den Rücken runtergelaufen, wir hatten alle Gänsehaut und manche konnten überhaupt nicht mehr sprechen. Und dann kam ja diese gewaltige Staubwolke, die bis heute, bis jetzt eben noch den Süden Manhattans verdunkelt. Ja, und in dem Moment war die Staubwolke richtig pechschwarz, also nicht nur grau, man konnte überhaupt gar nichts sehen. Und ein Mädchen hat zu mir gesagt, ich habe das erst gehört, als das Flugzeug da durch, ich dachte, es wäre hier eine Atombombe gefallen. So laut war das, als ich das gehört habe. Und dann habe ich hinterher den ganzen Rauch gesehen und ich bin nur noch nach Hause gerannt. Sie hatten ja vorhin erzählt, Sie hätten selbst um ein Haar direkt neben dem World Trade Center gewohnt. Wie ist das? Ja, also die New York University hat verschiedene Wohngebäude und eins, was sehr schön ist, sehr neu ist, das ist da unten. Und es war sehr attraktiv, da zu wohnen. Ich hatte überlegt, da hinzuziehen und aus irgendwelchen Gründen bin ich dann in ein anderes Gebäude gekommen. Jetzt bin ich natürlich froh darüber, denn wenn ich da dort eingezogen wäre, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr am Leben. Was geht einem in einem solchen Moment durch den Kopf? Ich habe einen guten Schutzengel gehabt, das geht mir durch den Kopf. Und ich gehe auch oft joggen dort unten, das war auch heute nicht der Fall. Ich meine, man kann sich nicht mehr retten, wenn man da unten ist. Und man weiß in dem Moment, dass man einfach auf seinen Schutzengel angewiesen ist. Denn man kann sich vor solchen Dingen nicht mehr selbst schützen. Sie haben das ja zusammen mit amerikanischen Freunden alles erlebt. Wie haben die es empfunden, als Amerikaner, als New Yorker? Die Amerikaner, die waren fürchterlich aufgeregt. Die haben gesagt, jetzt brennt auch noch das Pentagon, wir können uns nicht mehr verteidigen. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen das jetzt endlich denjenigen heimzahlen, die das gemacht haben. Wir müssen die umbringen. Normalerweise machen die USA das nicht, dass die Leute hinrichten, Täter. Aber jetzt, wir müssen das mal machen. Wir müssen Zeichen setzen. Und selbst die New Yorker, die eingefleischten New Yorker, wollten einfach weg aus Manhattan, wollten fliehen, haben gesagt, ich fühle mich hier nicht mehr sicher. Aber es gab keine Möglichkeit. Es war alles zu. Man konnte nirgendwo mehr hin. Hatten denn die Feuerwehrleute, die Sanitäter da unten, irgendeine Chance, das zu tun, was sie in so einer Situation tun müssen? Also ich kann, ich war ja jetzt nicht direkt am World Trade Center, aber ich kann nur sagen, die Straßen waren alle frei. Und das war natürlich die Feuerwehr und die Krankenwagen sind alle runtergefahren, zumindest die Zufahrtswege waren frei. Und ich habe auch schon einige wieder in die andere Richtung gefahren sind, die offenbar Leute dort aufgenommen hatten und wieder weggefahren sind. Okay, also das Eindrücke von einem Augenzeugen hier in New York zurück nach Köln. Herzlichen Dank, Christoph Lang. Herzlichen Dank auch an Herrn Kitz. Wir haben auch neue Bilder bekommen, die Menschen gedreht haben, teilweise mit Amateur-Videokameras, direkt während oder kurz nach dem Unglück. Die wollen wir Ihnen kurz auch noch einmal einspielen. Der Moment der gigantischen Explosion, ein Feuerball, berstende Scheiben, tonnenschwere Trümmer, die durch die Luft wirbeln. Auf der Straße vor dem World Trade Center spielen sich dramatische Szenen ab. Retter versuchen, einem verletzten Mann zu helfen. Er steht, wie alle hier, völlig unter Schock. In einem der Stockwerke deutlich zu sehen, die Teile der Boeing 767. Und dann, vom Stadtteil Queens aus, macht ein Amateurfilmer diese Aufnahmen. Oh mein Gott! Oh, cheers! Dann, als das World Trade Center zusammengebrochen ist, liegen dichte Rauchschwaden in den Straßen. Überlebende versuchen, sich zu orientieren. Eine völlig gespenstische Szene nach einer der größten Katastrophen in der Geschichte der Menschheit. Bilder, die wir wohl nie mehr im Leben vergessen werden, die wir da eben gerade gesehen haben. Ganz kurz für Sie noch das Neueste. Die Vereinigten Staaten, das Verteidigungsministerium. Christoph Lang, vielleicht haben Sie das auch mitbekommen. Nein, können wir nicht, höre ich eben gerade aus der Regie. Aber was ich hier auf meinem Computer sehe, ist, dass das amerikanische Verteidigungsministerium seine Streitkräfte weltweit offenbar in höchste Alarmbereitschaft versetzt hat. Das heißt natürlich als allererstes, dass sämtliche Möglichkeiten, die Truppe zu verlassen, erst mal gestoppt worden sind. Alle Soldaten müssen in der Nähe ihrer Waffen bleiben, in der Nähe ihrer Flugzeuge, dürfen ihre Schiffe nicht verlassen. Sie müssen also so gesehen auch fertig sein, müssen vorbereitet sein, falls es einen Einsatzbefehl aus dem Pentagon bzw. aus dem Weißen Haus geben sollte. Ist das richtig, Christoph Lang? Christoph Lang, können Sie mich hören? Das hat leider nicht funktioniert. Ganz herzlichen Dank für den Versuch, dass wir nochmal nach New York geschaltet haben. Aber ich habe es auch vorhin schon gesagt, an solch einem Tag geht nicht immer alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Kurz noch einmal das Neueste. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat, wie gesagt, die Streitkräfte weltweit in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Was wir inzwischen auch gehört haben, ist, dass der amerikanische Präsident George Bush offensichtlich jetzt an einem anderen Ort ist, als wir es vorhin hatten. Ilka, vielleicht können Sie noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, offensichtlich ist George Bush von Louisiana nach Nebraska geflogen, und zwar dort auf eine Militärbasis. Diese Militärbasis verfügt über einen unterirdischen Kommandobunker. Und von hier aus wird dann George Bush die Anweisung geben. Und hier spricht er auch mit seinen engsten Beratern. Dazu haben wir noch die Meldung bekommen, dass sowohl Disney World als auch Disneyland die Vergnügungsparks geschlossen wurden. Ebenso geschlossen sind verschiedene Flughäfen in den USA, zum Beispiel der von Los Angeles und der von San Francisco. Alle Amerikaner sind aufgerufen worden, Blut zu spenden, damit die Überlebenden versorgt werden können. Also das Blut ist knapp geworden in den USA. Alle Amerikaner möchten bitte in die Krankenhäuser gehen und zu den Ärzten, um Blut zu spenden. Die Space Shuttles der Amerikaner sind in die Hangars zurückgezogen worden. Also auf allen möglichen Gebieten gibt es ganz große Sicherheitsmaßnahmen. Und auch in Staaten auf der ganzen Welt melden sich die Regierungsoberhäupter zu Wort und verurteilen diese Anschläge, die es gegeben hat in den USA. Das sind Staaten wie zum Beispiel Chile, Indien. Auch der iranische Präsident Khatami hat die Anschläge verurteilt. Und UN-Generalsekretär Anand nannte den Anschlag eine willentliche und sorgfältig geplante koordinierte Akte des Terrorismus. Also auf der ganzen Linie wirklich Verachtung für diese fürchterlichen Anschläge. Ganz herzlichen Dank nochmal für diese letzten Informationen, Ilke Essmüller. Wir wollen Ihnen, verehrte Zuschauer, noch einmal kurz das zusammenfassen, was sich heute hier zugetragen hat. Die schlimmste Terroraktion, die es jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Sie begann heute Nachmittag um kurz vor drei deutscher Zeit. Hier sehen wir Bilder von einem der Terroraktionen gegen das Pentagon. Ein Flugzeug wurde entführt und dann offensichtlich auf das Pentagon gestürzt. Dort ist es explodiert. Wie viele Tote, wie viele Verletzte es dort gegeben hat, wissen wir nicht. Kurz vor drei als erstes war ein Flugzeug in den World Trade Center Tower, der im Norden steht, gerast. Kurze Zeit später, und das sind die Bilder, die wir jetzt hier gerade gesehen haben, rast. Ein zweites Verkehrsflugzeug, eine Boeing mit relativ vielen Menschen an Bord, etwa 80 Menschen an Bord in den südlichen Tower. Hier noch einmal das Bild. Beide Maschinen, die um kurz vor drei und die, die um kurz nach drei Uhr deutscher Zeit in das World Trade Center einschlugen, waren zuvor entführt worden auf Inlandsflügen, die von Boston bzw. von Washington in Richtung Westküste geführt werden sollten. Nach etwa einer Stunde Bränden stürzte dann der südliche Teil des World Trade Centers in sich zusammen. Hier sehen wir die Bilder noch einmal. Und kurz danach, es befanden sich zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit noch einige tausend Menschen im oder am World Trade Center, stürzte auch der nördliche Teil dieses 414 Meter hohen Wolkenkratzers in sich zusammen. Das World Trade Center steht ja in gewisser Weise als Symbol der amerikanischen Wirtschaft dort an der Südspitze Manhattans. Es ist ein Symbol, das von vielen, gerade Extremisten, die auch immer wieder Angriffe gegen die Vereinigten Staaten angekündigt haben, ein Symbol, das zu zerstören gilt. Und hier ist es den Terroristen gelungen. Ein Herz oder das Herz der amerikanischen Wirtschaft und damit auch das Herz der amerikanischen Bevölkerung. Nicht zu zerstören, aber doch zumindest so schwer zu beschädigen, dass man über die Folgen noch sehr lange nachdenken muss und auch mit Sicherheit weltpolitische Auswirkungen absehen muss zu diesem Terroranschlag. Das war unsere Berichterstattung. Zunächst zu dieser Attacke von Terroristen, deren Herkunft wir noch nichts Genaues wissen. Wir vermuten aber, dass es Extremisten aus dem arabischen Sprachraum sind. Bei uns geht es jetzt gleich weiter mit dem Sport, mit Uli Putowski, mit der Champions League. Wir haben es eben gerade schon angekündigt. LKS Müller, Roland Tichy und ich, unsere Wirtschaftsexperte, wir verabschieden uns zunächst hier aus dem Studio von RTL. Um Mitternacht geht es weiter mit einer Sondersendung des Nachtjournals über diesen Terrorakt in New York und Washington. Ihnen einen schönen Abend zu wünschen, ist mit Sicherheit nicht der richtige Wunsch an dieser Stelle. Wir verabschieden uns und ich denke, dass wir uns morgen Abend wiedersehen. Bis dann. Bis dann. Kurz vor 22.30 Uhr beenden wir dann am 11. September unsere Sondersendung mit einem düsteren Blick in die Zukunft. 10 Jahre danach ist klar, die Welt wurde erschüttert, aber sie wurde nicht aus den Angeln gehoben. Amerika hat einen Teil seines Selbstbewusstseins eingebüßt und das Land kämpft bis heute mit den Folgen dieses größten Terroraktes seiner Geschichte. Denn der wirtschaftliche, militärische und moralische Führungsanspruch der USA ist mehr denn je infrage gestellt. Wie lange die Welt mit dem Terror und seinen Folgen zu kämpfen hat, das ist ungewiss. Die Wunden sind noch lange nicht vernarbt. So viel von mir. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend wieder um 18.45 Uhr bei RTL aktuell. Bis dann. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend wieder um 18.45 Uhr bei RTL auch 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 bei RTL